Sieh. Geht doch, geil. Hier ist wieder Ordner. Ich habe mich gerade voll aufs Maul gepackt. Richtig. Auf die Knie. In der Kurve. Es ist glatt. Hier, das ist meine Regenhose. Voll hier. Aufs Knie. Guck. Loch habe ich jetzt. Alter, hat das wehgetan. Voll auf die Hände, ey. Meine Knie sind jetzt auch rott. Aber das Gute ist, meine richtige Hose wurde geschützt. Dadurch. Habe ich ein Auer? Darf man Beine zeigen? Oh Gott. Au! Seht ihr das? Aua! Aua! Mann. So. Leute, ich gebe es zu. Das mit der Nachtstechke war keine gute Idee. Ich bin komplett im Arsch. Also, ich weiß nicht, wie ich die Woche durchhalten soll. Aber, ich habe Tüvkühlpizza. Und wisst ihr, was ich noch habe? Ich habe ein Block Parmesan. So. Heute war ich um 14.30 Uhr wach. Und habe mich gefreut, dass ich so spät wach war. Aber es waren ja noch immer... Äh... Wie viele Stunden sind das von zwei? Das sind... Äh... Zehn Stunden, bis ich streame. Zehn Stunden. Und ich saß dann zu Hause so... Hä? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ich war kaputt. Und bin einkaufen gegangen. Und jetzt habe ich mich nur aufs Maul gepackt. Und wisst ihr was? Ich glaube, Gino kommt nicht mal jetzt. Der hat vorhin so halb abgesagt. Hauke ist da. Gino ist auch da. Oh, fuck. Okay. Sind beide da. Okay, 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 okay. Okay, ich komme sofort. Sag dem Bescheid, ich komme sofort. Ich muss noch einen Kaffee anmachen, ja? So. Mann, ey, habe ich keinen Bock auf die beiden jetzt. Weil jetzt streiten wir uns erstmal doch über, welches Spiel wir spielen wollen. Hauke darf nicht gewinnen. Ich habe heute übrigens zum ersten Mal, ich weiß, das ist ein bisschen eine Schande, ne? Aber ich habe heute zum ersten Mal richtig bei Among Us zugesehen. Also wirklich richtig. Sonst habe ich immer nur so reingeschaltet. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ganz geil. So mit der Bande auch. Ich gucke ja immer nicht so viel. Aber ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Ich komme sofort, Gino Hauke. Jetzt hört auf, mich zu lästern. Die lästern schon wieder. Ich höre das bis hier. Habe ich nicht gerade mal eine Tasse in der Hand gehabt? Habe ich noch alle Tassen im Schrank? Hallo? Hä? Hä? Ah, mir tut alles weh. Hey, du bist ja noch hier. Machst du hier. Rust. Let's go Rust, Alter. Ja, ja. Geil. So, viel Spaß. Es ist, ich muss ja in OP eigentlich. Kannst du mir die Kamera noch kurz einstellen? Bist du nicht Chirurg? Ja, ja. Okay. Ich habe ja nicht mal meinen PC angemacht. Ich mache an, bleib da. Danke. Mann, was würde ich nur ohne Matteo tun? Null Uhr. So. Das Lustige ist, Leon und ich, wir fühlen uns wahrscheinlich beide einfach gleich fertig. Das ist einfach für uns. Ja, ja. Und das Schlimme wird es sein, ihr werdet euch die ganze Woche erst am Ende dran gewöhnen. Genau, und am Ende der Woche sind wir drin. Und dann ist es wieder RIP. Ey, es klingt immer in der Theorie alles so lustig, ne? Aber in der Praxis ist es immer alles einfach nur dumm. So, ich muss jetzt schnell ins Discord. Was spielt ihr? For the King, oder was? Nein. Dead by Daylight? Dead by Daylight. Oha, krass. Bin ich gespannt. Ne, wir spielen wahrscheinlich For the King. Aber erzähl das nicht, Hauke. Gucken wir, ob... Kannst du schon auf dich? Ne, ich kann gerade noch nicht. Du müsstest scharf sein. Ja, sind die hier schon... Hä, hier sind jetzt noch die Among Us-Leute im Voice. Doch nicht. Ne. Hallo? Hallo? Kannst du mal aus dem Voice da mit deinem? Matteo? Ja, aber kannst du aus deinem raus? Mit deinem raus? Weil ich will das... So, wie ist es hier jetzt? Hallo? Oh, sehr gut. Sehr gut. Abzunehmen und so nach links und rechts zu schwenken. Einfach nur so ein... So ein Riesenaufwand in deinem Raum. Jungs, 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 Jungs. Ich komm, 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 ich komm. Oh, schön. Oh, da ist noch ein Hängepfass. Komm, ich 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 komm. Bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Hä? Was ist hinter dir? Was ist hinter dir, Hauke? Da ist... Ich trage ja sehr gerne Farbe. Ah, Wäsche. Geil, Wäsche. Das ist aber so ein langer Raum, oder was? Das ist das Techniklager. Okay. Ach, cool, ey. Das ist das Techniklager, da steht aber noch ein Futon drin, das ist nicht so ordentlich gerade. Das ist, wenn ich mal zu Besuch komm, ne? Ja, genau, dann schläfst du da drin. Mega, ey. Hier geht's dann auf den Flur. Zeig mal den Flur kurz. Ach, cool. Sag mal, das Treppenhaus. Sag mal, das Treppenhaus. Kann ich nicht. Das ist zu kurz, das kann man beschreiben, ne? Das ist keine... Das ist keine... Sag mal, sag mal dein Bett. Sag mal dein Bett. Sag mal dein Bett. Sag mal dein Bett. Kann man dein Bett sehen? Mein Bett ist in einem anderen Raum. Sag mal in einem anderen Raum. Zeig mal den. Kannst du den zeigen, ne? Hab ich schon mal, egal. Du hast eine Decke über die Beine. Mega. Ja. Ja, hatte ich zum Glück eben. Ich hab mir nämlich eben komplett Essen über den Schoß geschüttet. Deswegen hast du keine Hose an und deswegen eine Decke, ne? Ne, ich hatte eben eine Decke, aber die ist jetzt voller Reis. Die ist drüben. Ey, Jungs, das ist ja voll nice, dass ich da sein darf. Ihr könnt meine ganze Wohnung sehen, super Kumpels. Ja, ich wollte die aber live sehen. Jetzt live morgens mit dir ist auch was Schönes. So ein guten Morgen, Hauke. Jetzt ist auch viel schöner in meiner Wohnung, seit ich jetzt mehr Pflanzen wieder hab und so. Ziemlich viele Zuschauer für die Zeit, sagt jemand. Du weißt doch, ich bin doch sonst nie online zu der Zeit. Also vielleicht sind das auch zu wenig. Ist für mich auch ungewohnt. Ja, was, Niklas? Ich hab mich gerade richtig aufs Maul gepackt, so richtig. Ja, wir haben das schon mitbekommen, aber was ist passiert? Es ist arschglatt und ich hab das unterschätzt und dann durch eine Kurve und dann einfach quer durchgeschlittert. Und jemand hat's gesehen und ist einfach weitergegangen. Das war das Schlimmste daran. Und ich lag da noch kurz. Ja, was hat er machen sollen? Nicht fragen, was los ist? Ja. Hättest du auch gemacht oder nicht? Sind sie hingefallen? Ne, ist alles gut oder so? Hättest du doch zumindest gefragt oder nicht. Ja. Ja, das stimmt. Einfach weitergegangen. Aber vielleicht dachte er, du bist einfach so ein besoffener Typ, der irgendwie nix kann. Ja, mit meiner Regenkleidung da auf dem Fahrrad. Kann sein. Wer weiß. Das hab ich schon mal erzählt. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Mein Kumpel Arne, der ist mal morgens zur Schule gelaufen und das ist gar nicht so weit. Das ist halt wirklich so ein Schulweg von, ich seh nicht, irgendwie so für ihn drei Minuten. Sondern er ist ausgerutscht und hingefallen, ist mit dem Kopf voll auf den Bordstein geknallt und war halt bewusstlos und er lag da bestimmt so 15 Minuten. Oh, shit. Und er meinte auch, er kann sich erinnern, dass dann andere Schüler an ihm vorbeigelaufen sind und so und er lag da halt. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass Arne ein ziemlicher Chaot war und die meist wahrscheinlich dachten, der macht irgendeinen Scheiß. Ja. Aber das war schon richtig krass. Also er meinte, er hat auf jeden Fall, und da laufen morgens Minimum 40 Leute lang, die alle zu diesem Schulbus laufen. Hä? Und die haben ihn nicht probiert? Ich hab mich halt gewundert, warum er nicht kommt. So und geh halt raus und guck und dann guck ich nach links und er liegt da einfach. What? Krass, mir ist auch mal passiert, ich bin auch mal umgekippt. Das war aber in einem Elektronikladen, ich hab dort damals, das war glaube ich eine Freistunde oder sowas in der siebten Klasse, da bin ich mit einem Kumpel zu diesem Elektronikladen und damals hingen noch diese Konsolen, wisst ihr noch, dass da so Konsolen hingen, wo man noch spielen konnte da dran. Und da hab ich mit dem Kumpel Halo gezockt. Plastik eingepackt. Ja, genau, dass ich nur den Startknopf drücken konnte. Wir haben grundsätzlich versucht, irgendwie da drin rumzupopeln und irgendwie andere Knöpfe zu drücken. Richtig, aber das hat nie funktioniert. Auf jeden Fall haben wir dort gezockt, irgendwie Halo war das, Halo 1 haben wir dort gezockt und mir war so heiß, weil ich die dicke Daunenjacke anhatte, weil es Winter war und ich hab ja chronisch niedrigen Blutdruck und da bin ich umgekippt. Ich bin tatsächlich umgekippt und war eine Minute lang weg. Alter, wir erzählen so richtig wie alte Menschen. Ich hab ja auch chronisch Blutdruck. Es war im Winter, ich hatte die dicke Daunenjacke an, die gute von Erma, die sie mir dagelassen hatte im Winter. Die rote aus dem Gio-Low. Die war tatsächlich rot. Die war tatsächlich rot. Und ich steh da so und mir brennt auch der Nacken. Ich hab ja immer so trockenen Atem im Herbst. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns umnennen übrigens. Wir sind nicht mehr Bon-Jwa, wir sind jetzt Boom-Jwa. Oder Boom-Jwa, eins von beiden. Dann nehmen wir auch noch Maurice raus. Die sind keine richtigen Boomer, die sind Millennials. Die sind viel zu jung. Wir sind auch Millennials, Hauke. Hey, im Internet sind wir Boomer. Und ihr ist recht. Vor allen Dingen Hauke. Das ist jünger als ich. Was? Wir sind Internet-Boomer. Also ich bin auf jeden Fall ein Internet-Boomer. Da mach ich auch keinen Held draus. Früher war das nämlich nicht so, dass einen hier bei dem Internet-Boomer genannt hat. Leon ist Zoomer. Wir erinnern uns aber sehr jung, ne? Wie alt ist denn nochmal? 22 oder so, ne? 12 oder so? Nee, Leon ist 16, meine ich. Also ich dachte, ich hätte neulich mit ihm seinen Kinderausweis abgegeben und einen richtigen abgeholt. Wieso hat er keine Schulpflicht? Hat er seinen Hauptschulabschluss einfach nur, oder? Das ist, weil seine Freundin schwanger ist. Dann muss er nicht mehr. Das stimmt, ja. One day in your life. Schnitt, Leons Wohnung. Wo wohnt Leon eigentlich? Irgendwo im Hostel? Ich mach alles, so richtiger Boomer-Talk. Alles, was junge Menschen machen. Immer im Hostel sein. Backpacking in Barcelona und ihr Leben ist verändert. Wird auch jemand was Richtiges arbeiten, oder? Der surft auf meiner Couch, Leon. Hä? Wirklich? Muss der jetzt auch deine Bude verputzen? Also schläft er im Grunde auf einer Baustelle? Ja, surft auf meiner Couch. Quatsch. Leon hat ne geilere Wohnung als Niklas, sag ich mal so. Couchsurfing. Der surft auf meiner Couch. Ist so ein Boomer-Talk auch. Hä, wieso das denn? Das weiß doch kein Mensch mehr, was Couchsurfing ist. Natürlich, das gibt es jetzt. Das gibt es jetzt. Außerdem sind wir ja, wir sind Nebel-Nice. Niklas ist aber echt Überboom, ja. Wir sind die Nebel-Nicen jetzt. Dann musst du die WhatsApp-Gruppe auch anders benennen. Die Nebel-Nicen? Ja, die Nebel-Nicen. Okay. Apropos Nebel-Nicen. Ich starte schon mal GOG Galaxy, was? Also, wir sind jetzt noch zu keinem Ergebnis so wirklich gekommen, wollte ich nochmal feststellen. Ja, es gab auch nie einen Diskurs, weil ihr beiden euch nicht, weil ihr wolltet nicht diskutieren. Hä? Die Zeit hat halt für mich gearbeitet. Aber du wolltest eh keins der Spiele mehr runterladen. Das hat sich erledigt. Gino kann kein anderes Spiel mehr runterladen. Deswegen spielen wir For The King. Ich könnte theoretisch schon, aber... Ja, schade, dass das nicht geht, ja. Das ist doch einfach, wenn wir uns For The King starten, das ist am einfachsten. Ey, Auge, ich hätte kein Problem mehr mit For The King zu spielen, wenn du nicht so einen richtig beschissenen Move letztes Mal am Ende gemacht hättest und wir jetzt neu empfangen müssen. Das war ja ein bisschen dumm, man muss auch mal was zu lernen. Also, ich sag mal, mein Ein-Event-Aus-Versehen-Anklicken, bei dem man stirbt, macht Wett für sechsmal sagen, aber ich mach halt auch echt viel Schaden, wenn ich nicht tanke. Ey, wie krass ich getankt hab am letzten Mal. Und jetzt bist du auch noch undankbar. Du bist dir recht. Wir waren viel besser und da lobe ich dir. Es war sehr gut getankt. Wir waren im letzten Try richtig gut tatsächlich, ja. Ja, komm, wir spielen For The King. Wird eh nichts anderes heute. Aber Jungs, Dead by Daylight ist ziemlich geil gerade, ne? Also, wirklich. Du, wir können ja auch einfach, wie wär's denn, wenn wir zum Release im Februar, da kommt doch der zweite Teil, glaub ich, ne? Guter Plan. Hä? Da spielen wir's dann. Dead by Daylight, zweiter Teil, was redest du da? Ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwas kommt. Dead by Daylight. Release. Nee, Release war schon. Ja, dann verseh ich mich. Moment, bei 0,2. Hast du überhaupt geguckt, was Dead by Daylight ist? Ach, ich hab's verwechselt mit Dying Light, ich bin dumm. Haha, sorry. Aha, du weißt aber nicht mal, über welches Spiel wir reden. Doch, das ist halt auch eins von diesen... Einer ist ein Killer und alle anderen müssen sich verstecken. Ganz kurz noch mal ne Frage. Dead by Daylight ist zu dritt doch gar nicht so geil eigentlich, oder? Nee, man braucht fünf. Das ist der Peak-Modern-Gamings geworden. Verstecken spielen und manchmal versteckt man sich auch auf ner Raumstation mit ganz vielen Leuten. Aber ist das zu dritt geil? Nee, zu fünft. Wer haben wir denn fünf, Leute? Ja, Turi ist dabei. Und dann brauchen wir noch einen. Na gut. Ja, machen wir nächstes Mal. Ja! Und außerdem müssen wir auch Rust ausprobieren, beim nächsten Mal. Ja, Rust, ja, ja, da hat Matteo mich auch schon gefragt, ja. Ich bin ja Early-Rust-Influencer, wusstet ihr das? Ich hab das wirklich schon mal vor ein paar Jahren gespielt und war richtig gut. Und dann wurde ich von dem Server gekickt, weil ich so gut war. Ey, den ist ja perfekt. Weil du so gut warst? Ja, wirklich. Weil dann hieß es, ich würde cheaten. Das war geil. Dann wurde ich gekickt. Den ist ja perfekt. Das haben wir auch schon mal mit den Jungs gespielt. Irgendwann haben wir bei Rocket Beans mal Rust mit... War das noch für Game One? Ich weiß es noch. Ich weiß es noch gar nicht mehr. Ich weiß es noch. Wir haben bei Bonjoa. Also, Matteo und ich haben bei Bonjoa auch schon mal Rust gespielt. Ja, ganz am Anfang. Das war auch in Niklas Wohnung. In Niklas Wohnung. Da haben wir Bashy kennengelernt, das weiß ich noch. Wer da gemacht? Wen? Bashy. Kennst du noch Bashy? Bashy? Das ist das eine aus der Community, ne? Ja, Bashy, den haben wir kennengelernt. So ein komplett random NPC und hat sich rausgestellt, dass er wie Österreicher ist und Bonjoa kennt und keine Ahnung. Das war richtig random alles. Das sagt mir irgendwas. Ja, ja. Bashy. Der wurde dann kumpelt nachher später. Bis er ihn umgebracht hat. Aber NPC ist computergesteuert, ne? Gino? Wie seht ihr denn jetzt nix? Er war ein random Typ. Das war kein NPC, das war ein random Spieler. Ja. So. Okay, also wir spielen jetzt heute For The King, ja? Wir spielen heute For The King. Wir müssen das Spiel nochmal neu starten, weil ich hab ja diesen dummen Bug, dass ich nicht raustappen darf. Ey, ihr wisst ihr, was mein Chat mir gesagt hat? Man kann bei For The King ganz am Anfang sich Leben kaufen, ne? Leben? Ja, ich weiß nicht genau wo. Vielleicht kann unser Chat das jetzt nochmal sagen, aber irgendwie ein Witzensladen oder irgendwo kann man sich ein Leben kaufen. Aber wir haben noch gar kein Geld. Wir haben 19 Bücher. Wir haben am Anfang gar kein Geld. Das einzige, was wir machen können, ist kurz machen. Nein, vor dem Game, in einem Witzensladen oder sowas, glaube ich, oder? Wo kann man sich Leben kaufen, Chat? Unter Haushaltsregeln oder so. Aber nicht auf ganz schwer. Wir spielen ja auf ganz schwer. Ich glaube, das unterschätzen die Leute. Alter, ich hab ja 16 von diesen Punkten. Jungs, ich hab eine Idee gehabt, ne? Ja, ich hab 19, also eigentlich. Ich hab eine Idee gehabt für die nächste Runde. Und zwar, wie wär's, wenn wir einfach zwei Holzfäller spielen und einen Support? Weil der ist ja wohl... Du hast auch noch Holzfäller. Ich war so klar. Du hast letztes Mal schon so rübergegiert, wie viel Damage ich gemacht hab. Ja, aber das ist doch komplett OP, oder nicht? Wir wollen hinten einfach alles. Ich weiß halt nicht, ob es fürs Mid- und Late-Game halt sinnvoll ist, dass wir keinen Tank haben. Also ich würde schon drei Charakterklassen, aber ich kann mich auch dazu entscheiden, eine andere zu spielen. Nee, dann spiel ich weiter Tank. Also ich weiß schon, was du meinst. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das Mid- und Late-Game halt schon sinnvoll ist, einen Tank zu haben, der fett ist. Das glaub ich nämlich auch. Ja gut, dann spiel ich einen Tank. Dann kauf mir was anderes. Dann kauf ich mir... Also ich hab hier 19 bis jetzt zwei Dinge. Wenn die letzte Runde nicht so gut funktioniert hat, war ein Mangel an CC. Uns fehlte halt CC. Wir konnten davor immer richtig gut kämpfen kontrollieren. Die letzte Truppe, egal was auf uns zukam, wir mussten das immer einfach alles fressen und wegheilen. Das ist auch eine Taktik. Aber es war schon geiler, als wir CC hatten. Und das liegt natürlich auch einmal an meiner Waffenwahl. Also ich sollte vielleicht einfach kein Buch benutzen und kein Dolch, sondern einfach auch... Ich mach halt keinen Schaden, sondern ich brauch halt Sachen, die, ne? Mit denen ich CC'n kann. CC. Schreib das mal in den CC. Also ich sag ehrlich gesagt, wenn die Heilung mega geil ist, fand ich den Baden geiler als Gruppencharakter. Mhm. Ja, aber die Heilung ist halt... Die ist halt zu stark. Ich muss halt eine Waffe finden, mit der ich was kann. Mit dem Stab am Anfang kann ich zum Beispiel euch Schutz geben. Das taugt halt wenigstens irgendwie was. Und ich würde halt einfach eine andere Waffe benutzen. Also ich würde einfach nicht Waffen nehmen, nur weil die Schaden machen, sondern die Fähigkeiten sind halt wichtig. Dass ich CC'n kann, Leute wegschubsen in die nächste Runde und so. Ja. Entschuldigung, ja. CC ist Crowd Control, für alle, die das nicht wissen. Also, dass man Gegner aus dem Spiel nimmt, woanders hinschubst oder irgendwie dafür sorgt, dass ich definiere, wer wann kämpft. Ihr habt den ganzen Tag D.O.W. gespielt. Das haben wir den ganzen Tag D.O.W. nicht besser geschafft, ne? Jungs, ihr habt den ganzen Tag D.O.W. gespielt. Ich würde nur eine andere Waffe wählen. Am Tag. Ich? Hä? Du hast gesagt, du spielst privat kein W.O.W. mehr? Ja, aber jetzt schon. Weil diese Woche ist eh alles scheißegal. Ich mach's Nachtschicht. Ich scheiß auf alles. YOLO. Ich ess heute das zweite Mal in einer Tiefkühlpizza. Ey. Das ist doch jetzt eh schon wieder klar, dass in drei Tagen bist du komplett durch, weil du den ganzen Tag zockst, dann die ganze Nacht zockst, zwei Stunden schläfst, dann dein Bad renovierst. Und dann sagst du, ach, so geht's nicht weiter, Leon. Ja, genau. Na und? Ey, ähm. Wir können eine andere Map spielen. Nee, lass erst mal die schaffen. Ja, ich würde auch gerne bei der mal weiterkommen. Zumindest bis wir Level sechs oder sieben sind. Das ist halt immer das Gleiche, ne? Wir sind ja nicht mehr durch. Jetzt werden wir ja nicht wieder. Wir sind ja immer nur am Anfang. Jungs, habt ihr ja nicht mitbekommen, was mein Vermieter mir geantwortet hat? Nee, also halb. Irgendwer hat das bei mir im Chat gestern erwähnt, dass er irgendwie meinte, er stellt dir einen Eimer Farbe vor die Tür. Ja, genau. Ich hab so gesagt, ja, Hilfe, schick mir meinen Handwerker. Die Antwort war, nö. Aber du kriegst die Materialien von uns. Stell mir dir morgen vor die Tür. Viel Glück damit. Echt? Ja, und heute, heute standen zwei dicke Säcke voll mit Spachtelmasse und so eine Rolle Netze bei mir vor der Tür einfach. So, das ist der Stand. Wirklich? Ja, der zieht das einfach durch. Knallhart. Der zieht das echt durch, ja. Aber ich kann mich diese Woche nicht damit befassen. Das geht nicht mehr. Das hat mich mental gestern so schon fertig gemacht. Gino, komm an den Stand. Ja, ich überlege, ob ich noch ein Schwert kaufe für meinen DD. Mach einfach und komm. Okay. Du brauchst gar nicht überlegen. Raus damit, los geht's. Okay, alles klar. Ich hab auch den besten Stab. Wir haben aber noch keins von den Items bekommen. Und nur der Nachtmarkt ist bisher aufgeploppt, ne? Stimmt, ja. Ich hab jetzt mal diesen Händler gekauft, bei dem man manchmal seine Stats verbessern darf. Oh ja, stimmt. Das ist natürlich geil. Er kostete zwei Punkte. Schwierigkeit normal? Schwierigkeit normal steht hier. Nee, ist Meister. Safe. Meister steht bei mir unten. Okay. Ach da, jetzt unten, Meister. Okay. Ist ja draußen mit Licht hinter dem Fenster. Ach, scheiße. Ich muss ja das Spiel noch anpassen. Oh, fuck. Was denn? Muss nochmal neu. Ich darf ja nicht rauskappen. Ach, das kann Noël theoretisch machen. Noël kannst du mal das Spiel ändern. Irgendwie geht das über den Chatbefehl. Ich darf ja nicht rauskappen. Das ist ja noch zu spielen. Chat bei mir ist es, ne? Habe ich, glaube ich, eingestellt. So. Oh, Leute. Ich bin müde, aber ich habe Bock mehr. Danke, danke. 50 Euro. Ja, der Titel passt. Guten Morgen, liebe Sorgen. Und Gino und Niklas. Danke. Holzfäller, was bin ich denn? Holzfäller, ja. Guck mal, ich habe mir einen neuen Rucksack geholt. Hä? Wie groß ist der denn? Das ist einfach, das ändert nichts. Das ist du ein Skin. Ja, so wie die Nikolausmütze da. Okay, ich bin ja Schmied. Das ist doch... Hä? So, ich bin viel heller. So dunkel ist doch überhaupt nicht meine Haut. So bin ich. Wieso bist du nicht weiblich eigentlich, Hauke? Kann ich machen. Ich finde den Charakter ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Ja, okay. Das ist halt wirklich nicht cool, irgendwie. Namen ändern? Also, auch mit Farbanpassung und so. Ich finde den, ehrlich gesagt, einfach wirklich überhaupt nicht schön. Hm. So sieht der viel cooler aus. So sieht der halt aus wie ein Peter Lustig irgendwie. Oh, ist ja Winter. Dann ziehe ich vielleicht winterliche Klamotten an. Nee, so angezogen sein, das ist schon gut. Gino, warst du jetzt eigentlich extra noch schlafen? Ich war... Na, also ich habe mich 20 Minuten hingelegt. Und dann konnte ich nicht mehr. Aber ich glaube, das tat ganz gut. Ich war fertig. Ich bin heute 50 Kilometer gelaufen, ey. Wie viel? 15. 15? Ja. Alter, früher bist du nie gelaufen. Da habe ich mich immer mit lustig gemacht. Ich bin so im Lauf-Fieber, ey. Bald sind 20 und dann geht's los, ey. Dann geht's richtig los. Ich mache das auch kein Sport. Und dann fängt Dark Souls jetzt richtig an. So, ab geht's. Neue Runde. Okay, da links sind schon mal irgendwelche Ottos. Ich gucke jetzt mal rum, was wir so haben. Ist irgendwo ein Schrei. Guck mal, da ist irgendwas. Nachtmarkt links oben. Nimm erst mal eine Quatsch. Da ist halt direkt ein Heiligtum. Guck mal, über uns. Das gibt direkt Fluch und Giftimmunität. Oh, Junge, immer? Geil. Ja, auf Niklas, ne? Auf Niklas. Ja, gib mir. Aber ich würde tatsächlich, damit wir einfach schnell vorankommen, würde ich jetzt direkt nach Holzrauch laufen und direkt einen Fokus nehmen. Da haben wir eine erste Minute die Quest. Stopp. Nimm eine Quest an vorher. Ja, ja, mache ich gerade. Chaos reduzieren, ne? Ja. Oh, Wiedererlangung ist ein Zunderbeutel. Ja, aber wir brauchen Chaos reduzieren durchgehend, sonst kriegen wir Probleme. Lieferung, warte mal kurz, Questziele. Bringe das Heiligtum der Reinheit im Reich des Wächterwald. Lokale Karte. Wo ist denn das Heiligtum der Reinheit? Sekunde, ist es nicht direkt das über uns? Ja. Okay, die Quest ist halt, geh nach da oben. Kann man das sehen vorher, wo die Quest hingeht? Lieferung, eine beträchtliche Belohnung wird dem geboten. Und wir kriegen 10 Gold, wenn wir einfach nach da oben laufen, aber 10 Gold ist halt nicht so viel, dass... 10 Gold ist nichts. Der Gegenstand ist, wie gesagt, ein Zunderbeutel. Wir nehmen das Chaos, ne? Jetzt gerade am Anfang. Chaos reduzieren ist auch immer eine Fight und da können wir gut leveln. So. Guck mal, der ist gut. Chaos, ja, Level 1. Das ist auch die gute Richtung, weil wir nach da oben eh müssen. So, und jetzt laufe ich nach Holzrauch. Obst du jetzt euch noch einen Fokus genommen? Haha, das war dumm. Oh, ja, man muss übernehmen, oder? Ja, genau, ne? Scott schaltet. Ich mach mal so ein bisschen an den Jungs. Ich mach mal Scott stream. Oh, ja, stimmt. Scott stream, ja, stimmt. Ja, da muss ich jetzt auch raus haben. Das Problem ist, dass mein Ton weg und ich raffe nicht, woran dieser beschissene Bug liegt. Der Hauge. So. Ah, nervig. Egal. Kriegen wir hin? Ich überlege, ob ich es irgendwie anders, ob ich theoretisch auf dem Handy das annehmen kann. Wo ich das jetzt hier... Hast du nicht sonst irgendwie einen Laptop für solche Sachen? Oder ein Tablet oder so? Ja, ich habe theoretisch ein Tablet, aber ob das hier geht, wirklich? Ach, ich muss jetzt nochmal gucken. Hast du dich schon geschickt, Niklas? Ja. Okay. Dann einfach ausrufen, Scott will ein Chat, ne? Ja. Siehst du das? Ja, ich habe eine Einladung und zustimmen. Ja, ich bin drin. Ich leider nicht. Ich müsste halt jetzt dann wirklich einmal raus tappen, das Spiel wieder schließen, das Spiel wieder aufmachen. Ja, komm, lass mal kurz. Dann lass... Dann mach ich speichern und... Ich mach speichern und beenden. Okay? Sekunde, 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 noch nicht. Äh... Holen wir dies in Oraton, kriegen wir ein Leben. Wollen wir immer Chaos reduzieren, weil letztes Mal hatten wir mehr Chaos reduzieren, als wir überhaupt Chaos hatten. Ja, richtig. Wir können zum Start einmal Chaos reduzieren, einmal was anderes machen. Ja, dann theoretisch der Gegenstand hier ist ehrlich gesagt nicht so geil. Das einzig Geile ist, der hat... Es ist ein Kurzspeer, zwölf körperlicher Schaden. Dann anstürmen, Rüstung durchbohren und Verteidigungshaltung 2. Ja, aber wir haben immer relativ schnell... Der braucht Auge. Guck mal, wieso? Das Auge, das brauchen wir nicht. Da gibt's ein Kopfgeld. Töte im Reich der Wächterwald Knochengauner. Gibt 30 Gold. Und Wiedererlangung. Hol dies in Oraton und bringe es zurück nach Holzrauch. Mysteriöser Trank. Gibt 34 Gold. Das finde ich aber scheiße. Dann würde ich am liebsten die 30 Gold nehmen. Nee, nee, warte mal. Wiedererlangung. In der Nähe von Oraton, da sind wir doch gerade. Vielleicht ist Spawner auf dem Weg. Oraton ist hier, ja. Das wird hier unten. Wir müssen das in Oraton abholen und dann einfach das Ding nach Holzrauch zurückbringen. Ja, das... Hä? Vielleicht können wir das doch einfach... Wir sind doch noch in Oraton. Vielleicht ist das schnell erledigt, aber keine Ahnung. Ja, es muss hier irgendwo unten sein, wahrscheinlich. Habe ich angenommen. So, jetzt kannst du speichern und beenden. Da links war es direkt. Ja, es war ein Kultgerät. Warte mal. Ja, das ist das. Du musst das holen und das nach Oraton bringen. Das Kultgerät. Sicher? Ja, ist doch super. Hol dir dies in Oraton und bringe es zurück nach... Also Oraton ist wahrscheinlich das Gebiet. Nö, aber keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Oh, Araton, ja. Das Kultgerät ist jetzt das Questziel. Da müssen wir gleich hin. Ja, ist doch super. Weichen beenden? Ja. Achso, beenden, ja, okay. Wir haben übrigens im Hauptmenü den Überlebensbonus angeschaltet. Hä? Was? Den Überlebensbonus im Startmenü haben wir angeschaltet. Ich habe alles auf Standard. Wir stellen das nicht an, das ist einfach so. Ja, ist alles auf Standard. Den kriegen wir, glaube ich, einfach nur, weil wir halt auf Star-Hart spielen. Ich sage es mal, wie es ist. Ich habe die Vermutung, dass das gerade jemand anmerkt, der das Spiel gar nicht kennt. Ich denke, ihr habt den aus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das stellen nicht wir ein. Das ist einfach so. Wir nehmen einfach das, was dann... Wir machen aber das, was da ist, ne? So, bin Squad beigetreten. Ist gestartet. So, jetzt haben wir Squad streamed. Spiel erstmal starten, ganz schnell. Sekunde. Also, ausrufen, sage ich, Squad chat, wenn ihr Squad gucken wollt. Ach so, hier unten. Das Lebensvorrat 0. Einstellen kannst du ein Befehl. Ach, da kann man so schade einstellen. Ein Lebensvorrat kann man einstellen. Inflation der Wirtschaft. Ja, machen wir nicht. Zunderbeutel. Ah, okay, verstehe. Gerade nicht mehr. So, ähm... Ja, hier brauchen wir schon die rechte. Ja, das werde ich auch gerade angemerkt. Ich habe ehrlich gesagt, bei Squad stream, warte ich ja noch auf das Feature, dass man da theoretisch eine andere Kameraquelle hinsenden kann. Aber es geben natürlich auch viele Internetleitungen wahrscheinlich noch nicht her. Also, doppelt streamen. Dass du, wenn du da draufklickst, nur die Facecams sehen kannst. Ah, doch, jetzt geht's. Ja. Geil. Multistar. Weißt du, weil Picture in Picture hat Twitch eh. Dass die Squad so machen, dass du zwei Streams guckst. Du kannst den Stream gucken und Squad streamen, entscheidest du dann, welche Facecam du unten sehen willst. Aber ich bin drin übrigens, kann losgehen. Das und Live-Untertitel. Aber das gibt's ja mittlerweile, hab ich gelernt. Untertitel? Ah, Twitch und neue, nützliche Features. Also ehrlich gesagt, Twitch doch relativ regelmäßig neue Features. Nur ich gebe dir recht, dass die, so die, die in letzter Zeit kamen, nicht immer besonders nützlich waren. Nützlich, ja. Ist hier das Zauberwort, glaub ich. Twitch hat schon ziemlich gute Features. Und das mit dem, mit dem, dass wir jetzt das mit den Wetten integriert haben, das haben die einfach bei uns. Warte, 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 das ist ein anderer Speicherplatz. Das ist der, wo wir tot sind. Ja, hä, das ist der Kacke. Wieso das denn? Warte mal. Das ist der Speicherstand. Ich hab Fortsetzen gemacht. Du musst einen anderen Speicherstand fortsetzen, nimmt er wahrscheinlich einfach den, wo du am weitesten bist. Es gibt nur den. Ja, dann hast du gar nicht gespeichert. Ich hab safe gespeichert. Ach so, vielleicht speichern wir es erst nach dem ersten Zug. Wir machen ein neues jetzt. Ja, ja, ist egal. Wir haben ja nichts gemacht. Ja, ja. Neu. War aber ein guter Start. War ein guter Start. War eine gute Lage. Vielleicht kriegen wir noch einen guten. Ist er offen? Ich soll das Spiel einmal erklären. Wir spielen als Gruppe, wenn man die, eigentlich erklärt sich das Spiel tatsächlich selbst, wenn man ein bisschen zuguckt. Das ist halt einfach ein ganz klassisches Gruppen-RPG, in dem man halt Rollen eingeht. Genau, es ist halt rundenbasiert. Sobald der erste Kampf gelaufen ist, wirst du schon sehen, was los ist. Schön Boomer-RPG ist das hier. Schönes Boomer-RPG. Hä, das ist doch kein Boomer-RPG. Das ist hier volles Hippel-RPG. D&D Boomer-RPG. Der Typ ist so ein Boomer, ey. Sonst war ich immer grün, ne? Aber gelb fand ich eigentlich besser. Rot, Hautfarbe dunkel, Haarfarbe grün. Das bin ich. Das ist ein schöner, schöner Halsfiller, Gino. Dein Rucksack ist so geil. Das ist ein Hut. Guck mal, Niklas' Hut an. Ich kriege den Rucksack auch recht gut. Aber der Hut ist ja weg, wenn ihr was anderes findet, ne? Es gibt Nibel-Nice jetzt als Befehl. Sicher gibt's Nibel-Nice jetzt als Befehl. Scheiße, nein, fuck, ich hab Jäger ausgewählt. Fuck, ich hab Jäger ausgewählt. Oh Mann, Gino. Nochmal raus. Nochmal raus. Raus mit Gino. Das hat mir das nicht gesagt. Danke. Aber das ist wieder so eine gute Map. Oh Mann, und jetzt kriegen wir eine schlechte. Nur wegen Gino. Das ist das erste Mal, dass ich einen Fehler mache, ja? Ja. Blablabla. Ja, ist so. Scheiße, sorry. Jetzt aber richtig. Jetzt richtig. Das ist offen, Jungs. Ich bin drin. Wir warten immer nur auf Gino im Loading Screen. Das stimmt nicht. Gino muss ich schon lange drin. So, wenn jetzt noch jemand jetzt einen Fehler macht, dann kriegt er Ärger. Genau, das bei euch ist 0.36 Uhr. Mach mal hin, Boys. Was bei euch? Was bei dir? 8 Uhr 36? 8 Uhr 36. Heftig. Bist ja vor der Frühaufsteher. War schwerfältig. Ja, war schon kacke. War schon kacke? Hat schon sehr wenig Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Ja. Mein Rhythmus ist halt das komplette Gegenteil. Stell dir vor, du müsstest plötzlich dann... Ah, musst du ja. Wie geht's hier so, Niklas? Bist du müde? Also heute bin ich ganz schön fertig, ja? Ey, bitte sieh genauso aus, Niklas. Das bist sowas von du. Stimmt, das bist du. Aber Baden ist blond, eigentlich. Das ist ja richtig gut, Alter. Gestern ging's voll clear, weil ich war vorbereitet vom Wochenende noch, aber heute hab ich ein bisschen Durchhänger auf jeden Fall. Okay. Vor allen Dingen, weil ich heute so lange warten musste. Das ist das Problem. Ich musste zehn Stunden jetzt auf dem Spiel warten. Ey. Seht ihr, wie weit weg fucking Holzrauch ist auf der Map? Wir können nicht mal die Quest starten. Und wegen, er hat nur Gegner. Das ist aber gut. Wir haben direkten Kampf. In der ersten und des direkten Kampf. Wegen drei Gegner. Ja, dann ballert die alle mir die weg. Und die Quest dann nehmen. Nimm Quest mit. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Gerade aber echt den God Seed. Und jetzt sowas. Ja, der war eben, war der echt geil. Plus zehn Kritschans. Das nehme ich gerne rechts, aber Holzrauch. Und was sagt ihr, ich gehe direkt in den Kampf, ne? Ja. Ja. Oh, drei sogar? Oh. Machen wir, machen wir. Was sind denn nur drei? Der wäre das vorher. Null Otzen. Ich habe den besten Menschen. One-Hit-Dich. Keine Geschenke vor euch. Warte mal. Durch meinen Partyhut ist gerade so am Anfang, ist so Lametta runtergefallen. Habt ihr es gesehen? Ja. Mein Rumpfakt tut mir weh. Was soll man machen? Ich hau nicht drauf. Ich würde jetzt einfach. Ich baller den ein Messier, Menschen weg. Ich könnte natürlich die Geschwindigkeit von mir selbst erhöhen. Dann bin ich gleich nochmal dran. Bevor die dran sind, mach nochmal Eile und erhöhe Ginos Geschwindigkeiten. Denn dann, Niklas, dann sind wir alle nochmal dran, bevor die dran sind. Das klingt, als würde es nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass es... Na. Einer ist. Ja, aber dann bin ich. Danach mache ich gleich dann. Hau doch auf den, der dran ist. Schatz mit dem Gino. Also ich kann maximal 12 Schaden jetzt machen. Komm, wir machen. Guck mal, die Partyhut noch mal dran, bevor die dran sind. Ihr könnt einen Lametta von auf jeden Fall töten. Seht ihr es auch? Mein Partyhut noch mal Lametta gemacht. Ja. Boom. Gerechtigkeit. Jetzt wird weggerollt. Oh, schade. Du kannst keinen AOE, oder Niklas? Na klar, gar nicht AOE. Geil, dann hau in die Mitte, weil dann können wir den rechten Schaden auch noch führen. Oh, oh. Da ist auch der Damage. Damage is real. Junge. Aua. Okay. Ich könnte versuchen, einen zu töten, oder ich schubse Gino einen vor. Töte, töte, töte. Töte, töte, töte. Ach, wobei, ja, doch, töte den. Wobei, der ist eh gleich, TRIP, ne? Eigentlich musst du den besten. Ja, wenn ich dich vorschubse, kannst du den rechten töten. Ja, wenn das geht. Wenn ich dann vor denen dran bin, ja. Oh, 200 IQ. Jetzt tötest du den weg, dann töten wir den Waldnager und dann noch mal Lametta. Ja, geh weg, geh gleich nicht weiter. Das zweite Mal. Boah, Alter. Alter, Beile, Alter. Sehr schöner Kampf. Hat hier jemand Schaden bestellt? So, Münze, Matei, Gottesbad. Sehr schön. Nice. Ja, das ist für Hauke. Alter, das war richtig guter Loot. Alter, das ist ja sauguter Loot. Aber kein Sport, das Schild. Nee, kann ich nicht tragen, leider wegen Sport. Dann nehme ich das. Gib mir, wenn ich eine bessere Einhand finden würde, würde ich es nehmen. Okay. Ich habe wahrscheinlich die zwei Hände. Ich bin Schmied. Dino ist Holzfäller. Und Hauke ist Kräutersammler, ne? Ja. Oh, da ist ein Jahrmarkt, aber wir haben keinen. Nee, wir haben keine Karte. Also haben wir ein Ticket für die Jahrmarkt. Direkt nach Holzrauf, Freunde. Würfel. Richtiger Drecksborne. Oh, drei. Haben wir schon ganz gut gemacht, den ersten Kampf haben wir sie nicht wegrasiert, die Boys. Müsse ja eh oben lang, ne? Ich werde mal da lang. Nee, rechts müssen wir lang. Ja, genau, rechts, also so hoch. Oh, oh. Lockpacken. Lockpacken. Entdecke mehrere Lockpacken am schnellen zwischen... Oh, geil. Geile Map. Fast Travel. Nice. Oh, hier nach rechts gleich gehen, oder? Also ich würde sagen, Niklas, du läufst auch hierher, damit wir den Kampf machen können. Wir haben mit zwei. Nee, Niklas, Hauke hat kein Gold Buff. Das war nur in dem einen Game. Genau, ich habe kein Item aktuell zumindest, dass ein Gold Buff gibt. So, ich nehme jetzt einen Forrest, damit ich gleich mitkämpfen kann. Genau, wollte ich gerade sagen, hätte ich jetzt auch gesagt, den Forrest nimmst du mitkämpfen kannst. Oh, es ist ein Händler. Bisonthaurer, ich dachte schon. Dummes, Gino kämpft halt nicht mit, wenn ich jetzt angreife. Ja, aber ich habe jetzt extra einen Forrest investiert. Wir müssen jetzt eigentlich was machen. Kämpf mal, ist okay, fast Travel war es mir wert. Oh, nice, Mini-Dungeon. Dann wird Gino eh hergeportet. Ja, aber ich könnte mich an dem... Das schaffen wir nicht. Level 1 schaffen wir nicht. Level 1 schaffen wir nicht. Nachholz rauf, maybe. Ich könnte versuchen, an dem vorbeizuschleichen oder zurück... Also, ja, wobei, nee, ist egal. Warte mal, nee, warte mal, Hauke, warte mal. Bevor du angreifst. Ich könnte vorbeizuschleichen und geh ins Mini-Dungeon, da bist du her teleportiert, aber das wollen wir noch nicht. Wir können es einfach mal weiter in Richtung Holzrauch. Und Niklas greift, nee, ich würfel ja gleich, komm zu euch runter und dann können wir zu dritt eingreifen, theoretisch. Ich kann es schleichen würfeln. Also, ich glaube nicht, das klappt, aber... Ja, passt. Ja, aber es ist ja eh nur einer. Aber es gibt Lametta auf jeden Fall. Wir haben immer Lametta bei. Mein Rucksack ist so schön. Das Gute ist, dass wir den einfach theoretisch wegrotzen jetzt, oder? Aber Niklas, du hast nur noch 10 HP. Ja. Ja, der ist jetzt aber tot. Ich muss jetzt nicht das Schaden machen. Ich meine, generell, so ist es nicht so gut. Der Typ kann nicht 10 Schaden machen, das klappt schon. Du musst ihn nur töten. Mein Spiel steht. Mein Spiel steht. Ah, jetzt. Dein Spiel ist abgeschmiert. Auch ist weg. Nee, du bist weg. Nee, du bist weg. Dein Spiel ist abgeschmiert. Ja, du bist weg. Ich bin einfach raus. Ich bin einfach raus. Oh, bitte mach, dass das gespeichert ist. Ich mach jetzt fortsetzen. Was ist denn jetzt los? Ich lade jetzt. Ich lade jetzt. Jetzt heute ist der Wurm drin, technisch. Okay, ist offen. Ich hör mich jetzt bei Hauke. Ich hör mich jetzt bei Hauke. Test, ich hör mich jetzt bei euch. Warum hör ich nicht bei euch jetzt? Bei mir kannst du dich überhaupt nicht hören. Bei Tino. Ich hör mich bei euch. Was hörst du? Du hörst dich nicht. Du hörst dich bei dir selber. Irgendwas ist bei euch mit der Technik gerade komisch. Niklas, bist du noch da? Und... Richtiger Speicherstand. Nice. Wo weißt du das? Weil ich die richtigen Charakter... Hast du die gleiche, ich stimme die gleiche Charakter. Niklas, wir hören dich übrigens nicht mehr. Jetzt haben wir nicht. Genau bei dem Zuglück gehabt. Also im Grunde ganz wenig verloren. So auf fünf. Könnt ihr mich... Halt's Maul, Niklas. Echt? Warte mal schleichen. Oh, jetzt klappt's. Nice. Hey, geil. Äh... Ja, und jetzt? Ja, einmal weiter und ich komme den nächsten Zug runter. Und dann können wir zu Drittkämpf theoretisch. Aber ist auch egal. Jetzt muss man hier warten. Habe ich jetzt aber einen Fokus verschwendet. Nee, hast du nicht. Gino muss jetzt nur runterkommen und kämpfen. Ich komme jetzt runter. Ich muss ja eh runter. Ah. Da hast du nichts verschwendet. Du hättest nicht mitgekämpft ohne den Fokus. Gino muss jetzt aber einen Fokus nutzen, um da hinzukommen. Wie mache ich das jetzt nochmal? Echt klick. Einfach erstmal laufen. Also ich würde ihn immer am Ende nutzen, den Fokus. Weil es kann immer sein, dass du dann... Stimmt, Movimento, ne? Movimento! Nein. Erfangen. Jetzt hat er zu 19 AP, ist so super. Ein bisschen geschieht jetzt von uns, ne? Aber... Und ich gebe dir jetzt den Rest, mein lieber Junge. Das ist überhaupt nicht böse, wie du meinst, lieber Chad. Aber das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Spiel 3 Euro bei MMOGA kostet. Aber es ist halt auch ein Indie-Game, ne? Also ein Indie-Game bei einem Ski-Seller kaufen ist vielleicht nicht so richtig geil für die Leute, die das Spiel gemacht haben. Bei GOG habe ich mir auch 8 Euro gezahlt. Also das ist jetzt... Ja, das kostet irgendwie 7 Euro. Oh! Was? Ja, gerne. Ist aber zerbrechlich. Ist aber zerbrechlich. Ach so. Aber du kannst jetzt auch nutzen und trotzdem... Provisorisch, nehme ich dir mal mit. Warte mal. Oder so. Ja, ja. Das war ein Hand, oder? Oh, zwei Hand. Ne, zwei Hand. Keck, weh. Deswegen meine ich... Kann es mir gleich geben, wenn du gleich vorbeikommst. Ja, ich würde dir einmal nehmen. Ich habe gar nicht mal 5 Euro dafür. Ja, wenn man die Kohle nicht hat, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Das ist klar, aber... Hier ist noch ein Junge. Aber auch keine Mitweiden. Ist egal, nimm den mit. Das ist sonst verschwendet, wenn wir uns die EP nicht holen. Okay. Habt ihr Affiliate Links für das Spiel? Ihr habt einen GOG Affiliate Link, oder? Ja. Ganz bei Bond war einmal auf dem Channel. Bond war die E slash GOG. Ja. Äh, so. Wir kämpfen jetzt, ja? Ja, wir kämpfen. Gegen Talcobold. Und er darf zuerst. Übrigens, das Spiel war sogar bei, glaube ich, meinem Epic Storm sonst, ne? Oh, geil. Alter, geiler Kampfmove. Kannst du mir jetzt die Waffe geben? Ne, ne? Ausweichend. Weil ich neben nicht perfekten Angriff aus, der Gegner. Ach, du. Okay, PG. Ach, du. Gleich seit zweimal dran. Der Fakt. Nein. Was ist das denn für einer, ey? Holy shit. Die sind ganz schön hart. Also wesentlich härter, als ich am Anfang dachte. Ja, voll da. Alter, ich würde jetzt mit dem Fokus, glaube ich, sonst tötet ihr euch, glaube ich. Ich würde jetzt mit dem Fokus setzen, das geht nicht anders. Nein, das macht nicht. Die Knochen. Okay, wissen wir jetzt aber auch, wir sollten aufpassen, denen ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber die Höhle kann man uns jetzt abschminken, mit Ginos 9 Leben. Ja, der ist auch ne Level 1 Höhle. Können wir uns auch so abschminken. Dann haben wir einen Teleporter direkt daneben. Hattest du ne 1 gewürfelt, Niklas? Ne 2. Da ist die Hände. Das ist ein Hände. Aber da stehen halt auch 8 Gegner drumherum. Also gerade egal, wollen wir eh bekämpfen. Ist hier irgendwas? Ne. Oh. Die Zeithöhle! Die Heimat der Alte! Besiege die Geißel im Inneren. Das ist auch einfach eine Dungeon. Level 2. Aber Level 2. Kommt so gut, wenn wir so viele Dungeons finden. Ja, komme ich noch nicht hin. Also, ich warte noch. Oh, guck mal da oben. Heiligtum des Blutes. 10% Kritikschance. Ja, das würde... Ich fasse immer mal doch richtig Porno. Das war so geil mit dem Gift- und Fluchimmun für immer. Das war echt krass. Oh. Nice. Oh. Plus 2 Wahrnehmung. Talent. Das ist überraschend. Gut für den Tank. Oder für mich, aber für dich vielleicht. Aber ich habe 4 Talent. Also, ich will es eigentlich nicht anziehen. Aber für Gino? Talent braucht Gino halt nicht. Der Talent benutzt aber... Plus 5 Ausweichen finde ich auch ganz geil. Ja. Ich nehme es auch mit. Ja, ausrüsten. Und schöner Tag. Und Momento. Sehr gut. Genau, genau, genau. Sehr gut. Beide Wege abgedeckt. Okay, so, jetzt rollen wir mal ein bisschen höher. Komm. Oh Mann. Sonst in ihrer Epic-Bibliothek haben. Da kommt schon das erste Chaos. Komm schon jetzt mindestens... Oh, Alter, Auge hat ein gutes Würfelglück heute, ey. Können wir laufen, das wird nicht schlecht. Ziehen Fehler vor mir jetzt. Mindestens. Ich komme wieder 2 zurück. Ah, perfekt. Kann ich gleich hin. Alter, die muss direkt daneben. Nice. Und dann müssen wir nach da oben. Und dann nach oben. Und ich nehme die Quest noch an. Was für ein Statue ist das? Voller Fokus und 12 AP, okay. Ähm, so. Alter Schwede. Glasrute, 12 Schaden Stab. Kann man aber keinen Fokus nutzen. Muss aber auch nur einen treffen. Wird aber beim... Ach, wird beim kritischen... Ne, okay, ist scheiße. Ist... Beim einem Verfehl ist kaputt. Töte im Reich den Kriegsbären. 30 Gold. Gehen nach Flottenhafen. Das ist da oben. Aber das ist eigentlich mal saunervig, da hinzulaufen. Oder halt Chaos reduzieren. Töte im Reich den Chaos. Gut, glaube ich. Wir haben ja gleich eins. Gold finden wir genug in Dungeons, insofern. Oh, hier unten. Okay. Chaos. Können wir theoretisch das zuerst machen, ne? Also jetzt dahin zurücklaufen. Ich würde oben auf jeden Fall die Quest holen, also Kultgerät. Wir brauchen aber eigentlich fast Level Up für einen zumindest irgendwie. Okay. Wer das Problem ist, Level Up holen, müsstest du jetzt nach hier rechts. Hier sind noch zwei Gegner direkt. Mhm. Gino könnte jetzt nach oben laufen. Währenddessen. Also ich bin jetzt erstmal hier komplett lost. Ich habe das Auge für das Gerät. Gino E72. Das heißt, er ist schon der Beste, um das Kultgerät zu nehmen. Ich könnte halt auch hier stehen bleiben und wir gehen in den Dungeon. Ja, könntest du machen und dann kriegst du auch Leben dazu. Aber das ist halt auch ein Level 1 Dungeon, ne? Mhm. Aber wir können es halt riskieren. Davor müsste Gino aber Level Up werden. Ja, ja. Gino sollte jetzt einfach zum Kultgerät gehen, sich da die EP holen. Genau, das mache ich jetzt. Ja. Was muss ich da machen? Auge. Ja, ja. Wenn du Fokus... Nee, hast kein Fokus. Ich habe noch kein Fokus mehr. Ja, mach einfach. Drei oder vier. Plus 1 Chaos. Was ist das? Sehr nice. Plus 6 EP. 2 Fehler. Oh, Alter. Nimm... Nimm Leben, oder? Ja, wir haben gerade eh noch kein Chaos. Nimm ein Leben. Ja. Nimm Leben. Was ist denn eine Geisel? Was ist eine Geisel weniger? Was ist das? Kein Plan. Ja, dann ist da oben auf der Zeitleiste. Ich glaube, die... Das Chaos, diese lilanen sind, glaube ich, die Geisel. Okay. Ja, ist das nicht Nacht? Ach, stimmt. Ich habe die Pfeife nicht gekauft. Ich gehe gleich nochmal zurück. Aber ich habe auch kein Geld für die Pfeife. Hm. Wir müssen zusammenlegen. Ja, ich glaube nicht. Ich nehme das Leben einfach. Ich nehme das Leben, auf jeden Fall, ja. Dann geh doch einen Schritt nach rechts. Wann kann ich zu dir gehen? Du gibst mir dein Geld und gehst im nächsten Zug zu dem Schreien. Oh nein, Gino ist Level ab. Oh, schön. Hallo. Wir haben ein Gottesbad, zwei, ne? Dann können wir uns eigentlich wagen. Ja. Du hast ja Gruppenheilung, ne? Ja. Ja, ich gehe jetzt zu Gino, der gibt mir sein ganzes Geld. Ich gehe nochmal in die Stadt. Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt direkt rein. Nee, das geht... Hä? Okay. Das ist halt total... Ja, okay. Oder ich bleibe noch im Zug stehen. Warte, ne, mach noch nicht. Nee, warte mal kurz. Das ist halt schon geiler. Wir stehen direkt neben dem Heiligtum, ne? Das ist wirklich Verschwendung, wenn wir das jetzt machen. Außerdem... Okay, 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 okay. Dann heil ich jetzt einfach. Ja. Genau. Sehr gute Entscheidung. Ja, ist gut, ist gut. Brauchst du eh. Jetzt gehe ich ein nach links. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich eine vier mindestens würfel. Komm schon. Oder Fokus. Nice. Ja, nice. So, dann gibst du mir einmal dein ganzes Geld, Gino? Ja. So, alle geben. Danke. Pfeife. Sehr guter Tipp aus dem Chat. Das hätte ich nämlich völlig vergessen mit der Pfeife. Wir können übrigens auch... Wir können nicht zu viel... Wir können nicht zu viel Minuschaos machen. Wenn wir eins machen, während wir eins haben, dann beugt das vor. Bis nächste. Ach so. Ah, nice. Okay. Gut zu wissen. Oh, fünf. Hm, was machst du mit der fünf? Das Heiligtum, ne? Ja, Heiligtum und dann heilen, würde ich sagen. Geißel sind Charaktere, NPC-Gegner, die die Spielwelt negativ beeinflussen. Jede Geißel hat ein eigenes Dungeon. Ah. Also ich würde jetzt... Ich würde jetzt hier stehen bleiben und mich heilen. Du bist voll. Du bist voll. Durch dein Level-Up bist du voll. Ach so, ach ja, stimmt. Kannst theoretisch runterlaufen zu dem chaotischen Land. Aber... Ach ja. ...ist ein zufälliger Effekt. Aber es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Kommst auch nicht mehr hin. Wie gehst du in den Dungeon 2? Ja, lass uns Dungeon. Da bin ich durch, ja. Go. Habe ich Bock. Aber es wird, glaube ich, auch schwer. Glaube ich auch. Wir pokern hoch, gerade auf jeden Fall. Ja, aber der Spawn, der sagt, wir müssen da jetzt rein. Wir müssen da jetzt rein. Ja, ja, wir müssen spielen, wie es kommt. Das ist ganz geil gemacht, eigentlich mit dem Random Spawn, dass es dadurch immer noch mal wieder ein bisschen anders ist. Fag ich mal sagen. Es sind drei Gegner, die alle schnell sind. Die sind jetzt alle vor uns dran. Nice. Dreck geblockt. Und drei. Und jetzt sind wir schon mal hier. Minus 8, ey. Halsmaul. So. Ähm. Wer hat wie viel Leben? Fledermaus. Er hat keine Magieimmunität. Ich würde tatsächlich mich selber vorschubsen. Dann sind die alle in einer Reihe. Und dann wird Gino vor die alle geschoben. Ich möchte das gleich nochmal machen. Mhm. Ach, schade. Nur ein überholt. Zwei. Zwei wurde ich vorgeschobst. Oder ein. Ach, scheiße. Niklas, du hast noch die Axt. Die würde ich gerne nehmen. Ah, ja. Ja, geh auf die Fledermaus trotzdem. Geh auf die Fledermaus. Kann ich dir das nach dem Fight geben, Gino? Ja, ja, ja. Easy. Aber wenn du die rausnimmst, ist nur die Ratte dran. Die macht so wenig Schaden. Ich würde 13 Schaden machen, aber Niklas. Wir müssen beide auf die haben, ja. Ja, Jin, aber Lukas könnte theoretisch Aue machen. Konfetti. Ah, 10, naja. Ja, Niklas haut den jetzt tot. Vier. Ich kann ja versuchen Aue, ne? Aber Ae geht nur durch, wenn ich perfekt rolle. Ah, du hast noch einen Fokus, ne? Ja, wir versuchen es. Ich würde, glaube ich, lieb. Ah. Ich warte. Wir hätten wahrscheinlich trotzdem den Aue auf die Ratte zielen sollen. Also einfach sagen, ja, fuck it, da wird der Rechte halt nicht auf die Fledermaus. Dann wäre der tot gewesen. Durchbohrt. Hab ich doch gemacht. Ähm, so, warte. Ich könnte jetzt entweder die Fledermaus töten, dann ist Gino sowieso einen eher dran. Mhm. Das könnte halt natürlich auch schief gehen. Oder ich schubs Gino einen vor, aber dann sind auch zwei Gegner vor ihm. Und dann müssen wir einen Angriff von Gino auf eine Fledermaus verschwenden. Also ich glaube, jetzt gerade macht es mehr Sinn, wenn ich einfach die Fledermaus töte. Ja, würde ich auch sagen, ist den einfach finischt. Ja. Macht ihn mal tot. Nice. So, er greift es an. Fluch irgendwie, wahrscheinlich. Ne, nur Schaden. Punch, aber nur. So. Ähm, ich könnte versuchen, ihn mit Fokus zu besiegen. Also mit 13 Schaden. Du könntest auch einfach normal draufhauen, theoretisch. Weil danach ist Niklas eh nochmal dran. Kannst du spotten, Niklas? Oder hast du noch kein Schild mit Spott? Doch, doch, kann ich. Direkt vom Start. Dann könnte Gino jetzt versuchen, den zu töten. Wenn das nicht klappt, dann spottest du den Rechten. Ach, wobei. Er macht alle gleich viel Leben gerade, ne? Also ist eigentlich egal, wer einen Schaden frisst. Ja, genau. Ist eigentlich egal. Außerdem kann er jetzt auf den hauen. Dann haust du auf den Rechten. Ich finische die Ratte, falls die noch lebt, wenn die dran war. Oder so. So. Nice. Auch gut. Alright. Fokus verbrauchen dabei. Er macht nur noch einmal Schaden. Ich würde es einfach mit draufhauen. Ich würde es einfach mit draufhauen. Er ist noch einmal dran. Er macht acht Schaden, wenn er hochrollt. Das ist okay. Also wenn es richtig gut läuft, ist er aber nicht noch mal dran. Einmal, achso, du willst doch so. Achso, weil du jetzt Arzt machst. Ah, schade. Ah, schade. Ja, war trotzdem besser, weil das ein bisschen Schaden. Ich dachte halt, ich kann mich noch mal vorschieben. Und schiebe dann Gino noch mal vor. Oh, nein. Flo. Ich kann wahrscheinlich nicht treffen. Wahrnehmung ist stark verringert. Wahrnehmung stark verringert. Genau, ich kann mit Bogen und Stangenwaffen. Ist also egal. Ist egal. Schade. Aber du, Christian. Ich muss ihn jetzt, ich muss, glaube ich, vier. Ich muss vier rollen. Reicht, okay. Das war für uns jetzt sehr gut. Konfetti. Okay, nach dem letzten haben wir Level Up. Stimmt, Level Up. Ja, du hast Level Up, ich aber noch nicht dann. Das war alles an Loot? Alter, nix. Ich gebe dir jetzt mal noch die Keule. Achso, ja, gerne. So, an Gino. Dann gebe ich die weiter. Kannst du die anziehen? Ja, dann habe ich gemacht. Wenn die kaputt geht, geht die kaputt. Egal. Ja, egal. Einfach benutzen so lange, ne? Ja. Oder bis wir halt was Besseres finden. So, was haben wir hier? Hex, oh nein, der Kobold liegt. Wir haben nur noch einen Fokus. Schaffen wir. Wir haben Gruppenheilung. Alter. Oh, man, Level 1 ist doch schon hart, Leute. Vielleicht direkt heilen? Gut. Und ich habe immer noch Fluren blind. Ich würde, glaube ich, den Kobold halbwegs ignorieren im Verhältnis zu den anderen. Der ist schon schlimmer. Ich würde die Hexe, glaube ich, wegmachen, weil die immer verflucht und ihr könnt die theoretisch töten, bevor die einmal dran ist. Der Fluch ist übrigens egal für dich gerade, Gino. Alter. Schön, schöne Keule. Du könntest auch ihn spotten, ne? Ja, ja. Ich spotte ja eh beide, wenn das durchkommt, ne? Das war sehr gut. Das Ding ist mir nur gerade auf, wenn der ist halt ein Caster. Das heißt, er ist auch gegen... Also nicht, jetzt ist auch nicht der Stärkste gegen den Caster. Ich habe keinen Widerstand. Dadurch, dass er auch immer alles kritisch trifft, ist natürlich auch ganz geil. Teugungsimmun, ne? Ich würde auf den Kobold jetzt einfach gehen, glaube ich. Ich kann auch versuchen, einen vorzuschubsen. Also, die Chance, dass ich den treffe, ist halt nicht schlecht, weil ich nur dreimal draufhauen muss. Ach so. Was könnte ich noch mal? Wenn der Gino einen vorschubsen... Ich würde auf den Linken draufhauen, Hauke. Weil du, also wie du schon sagst, du kannst ihn am ehesten treffen. Und du hast noch einen Fokus. Und der macht nicht so viel Schaden, der macht nur vier Schaden. Ich würde noch keinen Fokus dafür nehmen. Also weil das einfach... Ja. So dringend ist es noch nicht, dass der Fokus... Aber hier ist der gleich, deswegen. Nach dem Kampf ist Level 2. Punkt. Ja, ich kriege aber nur zwei Fokus wieder, ne? Wenn ich level. Nicht alles. So, grünen den Tod, Gino. Bevor er mich noch mal trifft. Der könnte mich jetzt, glaube ich, töten. Ich glaube, der hat zwölf Schaden gemacht. Der mittlere, ne? Ja. Dann haut mal drauf. Shit, das hätten wir mal eher wissen sollen. Oh, nice. Nice. Aber sehr gut. Okay. Er hat halt auch drei Magierüstung. Oh, please. Yes. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schönes Ding. Okay, jetzt ist Stinke Kobold, der ist natürlich trotzdem ziemlich beschissen auch. Ja. Und ich habe keinen Fokus mehr. Ja, aber der macht nicht so viel Schaden, ist okay, ist okay. Ah, der Drecksvieh, ey. Den roll ich jetzt auch gerade besonders beschissen. Komm, du wolltest ihn jetzt einfach. Siehst du, ah, was? Du sieben? Ach, weil du den betäubt hast. Ja, aber er hat den betäubt. Ah, ja, ja, okay. Wenn der perfekte, das ist Betäubung. Das heißt, sogar so, dass er nicht weiß, tot. Sehr gut. So, ich habe noch zwölf Leben. Ich habe noch kein Level ab. Ich habe X-Komm auch gespielt. Ich habe X-Komm auch gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir jetzt gerade auffällt, dass das signifikant schwerer oder leichter ist. Ausweichen, Crit und Geschwindigkeit. Das ist auch für Gino, oder nicht? Ja, für mich, ja. Auf jeden Fall. Crit vollstacken bei Gino. Ich habe halt noch nichts Rüstungsmäßiges, ne? Dauerhaft plus zwei Ausweichen. Kann mir das nicht Niklas geben? Ja, das haue ich mir mal rein. Hey, ihr habt zwölf Leben. Let's go. Ja, haben wir keine? Ne, wir haben keine Heilung, ne? Ich habe Heilung, aber... Ach so. Ja, vielleicht kommt da noch was vorher. Wir können da einen Lager benutzen, ne? Ne, ne, ne. Also bevor er jetzt stirbt wird, vielleicht... Vielleicht kommt was, ein Händler oder so jetzt erstmal. Wissen wir ja gar nicht, was kommt. Ach so. Seht ihr? Händler, ja. Sehr gut. Aber wir haben keine Kohli, ne? Na, ein bisschen was haben wir. Ein bisschen haben wir, ja. Niklas, also ich habe nicht genug, aber wenn mir jemand Geld gibt, kann ich ein Gottesbad kaufen. Ich kann auch einen kaufen. Aber können wir uns was anderes leisten? Nö, eigentlich nicht. Fahre und Mule. Schade leider nicht. Grünes Horn. Was? Ich hätte den Blitzstab so gerne, ne? Schockexplosion und Barriere, damit kann man halt Leute schützen. Aber viermal treffen, damit das klappt. Viel Geld haben wir auch nicht. Alter, Schamanenhut. Unterstützungsreich weiterhöhlt. Fünf Geschwindigkeit plus eins Gruppenwiderstand und fünf ausweichen. Aber holt euch mal jeweils ein... Warte mal, wir haben genau 33, wenn wir zusammenlegen, oder nicht? Ja, wir können uns zwei Gottesbad holen. Nee, wir können uns auch einen Schamanenhut oder einen Blitzstab holen. Ja, aber Gottesbad ist ja sinnvoller jetzt, oder? Gruppenwiderstand, ein auf dem Hut. Es ist halt nur noch ein Ding, ne? Also es kommt nur noch ein einziger Gegner. Also ich würde sagen, wir holen uns einen Schamanenhut für Hauke. Komm, gib mir mal... Ich gebe mal das Geld an Hauke. Okay. Ja, den Blitzstab würde ich nicht nehmen, weil wir wissen nicht, wie gut der ist. Der hat nicht so krass viel mehr Schaden. Und hier, mal den Würfel treffen, ist kacke. Schamanenhut, let's go. Nice, Alter. Richtig, der Hut. Und cool Mut auf. In Not kannst du mich... Kannst du noch Gruppenheilung im Fall gleich. Ach, stimmt. Ja, ich hab mal hin. Das Ding ist, die könnten jetzt halt theoretisch, fangen wir an, die gehen alle auf dich und du bist tot. Ja, oder die letzte ist einfach die Kiste, ne? Ja, kann auch sein. Diese Schatzkiste. Kann natürlich auch sein. Okay, dann pokern wir, oder was? Ja. Game Minutes. Man muss mal auch mal YOLO sagen. Easy, Kiste, oder das? Easy. Seht ihr? Einfach nur die Kiste. Öffnen. Die IP, die wir dadurch kriegen, könnten Niklas sogar Level-Up geben. Oh, höre ich, Sommermann. Die man ist sehr gut, der entscheidet, den Hut zu kaufen. Außerdem sehe ich damit sehr gut aus. Oh, nice, Niklas. Niklas? Drei Fokus wieder erstellen. Ja, Gino. Ja, bei dem dauert es am längsten, bis der wieder Fokus kriegt. Und er hat nix. Oh. Rumpfstum und das Widerstand. Oh. Niklas. Rumpf. Sorgt ausschließlich für Verwirrung, allerdings. Ja, aber 50. Sehr gut, aber für 50 ist er schon okay. Ja, schon gut. Schön an rein. Für 50 dreht man sich auch mal mit dem Bein. Gibt es XP? Achso, ja, klar gibt es XP, oder? Kein XP. Was? Das ist ja ein Flopper. Soll ich das Lager angreifen, direkt nochmal? Ich sehe doch, was ist das Lager? Ich sehe mir nur Fragezeichen. Ja, ja. Das Ding ist, ich könnte auch versuchen, zum chaotischen Land zu gehen und zu gucken, was das macht. Dann habe ich sogar noch, um wieder zurückzugehen und wieder in Reichweite zu kommen, damit ich theoretisch das Lager mitkämpfen kann. Mach das, mach das, das ist gut. Nice. Geil Gottesbad gefunden. Schön. Nice, um wieder zurück. Oder warte, dann gehe ich jetzt hier runter. Ich gebe, ach mein Gott, das war das weg. Der wurde mir weggenommen. Minus Gottesbad, okay. Ja, ja, das war einfach, ich konnte nichts rollen, gar nichts, schade. Was? Ja, ja, super doof. Oh, und jetzt können wir ein Lager machen. Minus geht jetzt einfach direkt vor das Lager und du, ich würde halt tatsächlich, jetzt, Gino geht jetzt einfach runter, wartet hier, beendet die Runde und kriegt das Leben wieder. Du beendest deine Runde automatisch, Niklas, machst gar nichts, damit du Leben wieder kriegst, dann verschwenden wir zwar eine Runde, aber dann gehe ich runter und greife das Lager an. Aber bin ich in Range? Ja, bist du. Also eben warst du zumindest in Range. Oh, hab ich den Fight? Ja, okay, wir versuchen es, wir versuchen es. Das wäre schon mega lucky. Ohne Gottesbad ist es zu voll, wir wissen nicht, wenn die drei das sind, ne? Genau, was machst du jetzt nichts, hast du 16, dann wirst du zumindest nicht direkt one-headed. 17, oder? Okay, ja, all in, all in. Boah, ein Pfeifenschmiedin, alter, da ist eine Pfeifenschmiedin gespawnt. All in. Ja, du bist ein Kampf. All in. Aber wir haben keine Kohle, Niklas, äh, Hauke. All in. Die Jungs, Leute, 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 Leute. Oh, das sind aber viele, ne? Ja, das sind immer die drei, ja. Kein Heal, ne? Kein Heal, das ist ganz schön risky. Oh nein, auch noch Verbrennung. Oh, GG. Gefällt mir nicht so gut. Nee, ich glaube, das wird nichts, Jungs. Und ohne Fokus. Benutz gleich deinen plus drei Fokus. Stimmt. Boah, das hat richtig viel gebracht. Du bist vor all, also vor dem jetzt dran. Oh ja, stimmt. Halt den an. Greif auf jeden Fall jeden an. Goldwurzel, Goldwurzel. Benutz Fokus, wenn du kannst. Ich greif den mittleren an. Gruppentreffer wär natürlich jetzt Bombe, ne? Ich könnte, ne Gruppentreffer gibt's nicht mehr. Also doch, könnte ich ja mit meinem Ding. Ich könnte versuchen, den zu betäuben. Gino, 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 hau dir auch deinen Farol Mjul rein direkt. Wir kämpfen hier gerade ums Überleben. Rein damit. Oh, betäuben ist schlau. Aber dann genommen anderen. Betäub den, der als nächstes dran wäre. Dann sind wir... Hau dir deinen Zeug rein. Gino, hau dir deinen Zeug rein, bevor der dran ist. Gino, hau dir deinen Zeug rein. Ich kann Mjul nicht nehmen. Man kann, glaube ich, nur ein Item nehmen. Kann nur ein? Also ich kann den Mjul gerade nicht nehmen. Hast du das gehört? Ich würde einen anderen Fokus nicht. Ich würde den Fokus, der als nächstes dran ist. Ach so. Ja, ne? Weil, wenn du den benommen machst, dann ist der nicht dran. Dann seid ihr zweimal noch dran, bevor der dran ist. Ungerechtigkeit. Nice. Aller, beide, beide. Oh. So, jetzt welcher ist der, der als nächstes dran wäre? Der mit der Fackel oder welcher? Der mit der Fackel wäre als nächstes dran, ne? Und siegst du oben dann. Ja, wir saugen jetzt mal rein hier. Was machst du? Nein. Warum denn den? Ach, du bist verwehrt. Ich dachte, ich darf den noch taunen. Den hat er selbst benutzt. Den hat er selbst benutzt. Ach, ich bin wieder, ja. Soll ich den rum? Ich hab mir einen reingesorgen. Und dann hat er einfach... Ich auch. Den Linken. Jetzt nicht wieder willkürlich irgendeinen angreifen. Der Linke, der wäre jetzt als nächstes dran. Wenn wir den getötet hätten jetzt... Warum hast du nur den rumgetrunken? Weil wir überleben müssen, Engli. Oh, shit. Hä? Das ist ein saugutes Item. Das ist komplett verschwendet jetzt. Du hast 50 Verteidigung für den Popelkampf genommen jetzt. So. Die hauen gleich alle auf mich. Trust. Fuck. Oh, nein. Oh. Oh. 50 Verteidigung, 50. Das ist so immer. Aber es... Ja, gut. Sehr schön. Gut. Komm, taunte. 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 Du bist verwehrt. Du kannst doch nicht selber entscheiden. Er wollte taunen. Er wollte taunen. Er hat das Richtige gemacht. Das hat nur geklappt. Ich bin mir richtig leid und versuch, kacke, den rumzudenken. Ja, hau mich. Jetzt steh doch mal. Die hauen jetzt alle mich. Siehst du, siehst du, siehst du? Siehst du? Nice. Sehr gut. Perfekt da rum. Komm, wir überleben noch. Sonst eh nicht. Wir müssen alles machen. Dann sind wir sogar noch mal dran. Der ist offensichtliches Ziel gerade. Er ist dran, ja, ja. Ja, ja. Der ist das Beste, was wir machen. Der ist das Beste, was wir machen. Nice. Taunt, 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 taunt. Oh, ich kann wieder. Aber der Rum ist vorbei. Okay, was ist der Plan? Was für ein Schad, ich spiele? Erbalistin spiele ich. Taunt bringt jetzt nichts mehr, weil ich habe keinen Widerstand mehr. Ich habe nur noch 14 Leben. Das heißt, ich muss ja nicht Damage machen. Du musst den Mittleren jetzt machen, oder den Mittleren, ja. Der Mittlere, der macht mehr Schaden. Der andere ist zwar nervig, aber... Oh, ja, oh, ja. Oh, kannst du acht Schaden? Nee, oder? Schaffst du acht? Nee, aber der Typ hier kann das. Hä? Hä? Scheiße. Hä, das hat überhaupt nichts gebracht. Oh, Junge. Ich hoffe, ich habe nichts. Kann man wahrscheinlich nur... Nee, das kann man wahrscheinlich nur auf bestimmten Maßen. Oh, nein! Und ist vorbei. Neustart. Haben wir nicht ein Leben? Kannst direkt rausgehen. Haben wir nicht ein Leben? Das hat nur die Alphorn, die das gesammelt hat. Du hast keine... Ah, doch. Dino, du kannst ihn doch wiederbeleben. Wie denn? Ich kann nichts. Ah, doch. Nee. Nee. Yay! Erst Willkommen, Niklas! So, du bist dran. Ich hau einfach. Ich habe nur auf Leben. Ich muss hauen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Der könnte dich jetzt halt töten, wenn der Monat. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hau ihn um jetzt. Hau ihn um. Ich falle ihn weg. Nein. 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 Ich war da. Hau ihn um. Greta von Oh, Alter. Komm, komm, komm jetzt. Oh Gott. Nicht verbrennen. Neben zwei Schaden gibt's nur. Oh, Level Up. Oh Gott. Alter. Plus 4. Alter, steck ein, Gino. Direkt anlegen. Oh Gott, Leute. Intelligenz hab ich nicht. Wir sollten auf jeden Fall jetzt übrigens lagern. Sonst bin ich wieder tot. Kann ich auch wieder nicht machen. Geht nicht. Scheiße. Ich brauche auch nicht. Können wir verkaufen. Ein Chaos weg, aber das nächste kommt gleich schon. Stimmt. Oh Gott, Leute, was war das für ein Kampf? Ich würde jetzt ein Lager machen, ne? Also ich gehe noch einen hoch und dann mache ich das Lager. Ja, aber kommst du nicht vielleicht auch zurück nach Holzrauch noch? Ohne, dass wir fighten müssen jetzt. Zwei, das sind zwei. Fortschriftrolle benutzen. Und ein bisschen Holzrauch. Ja, mach. Aber ich habe kein Geld. Das Geld muss dann gerade... Gino gibt das Geld, das reicht dann für Hauke zum Heilen. Ich glaube einen neuen kostet das. Gib mal Geld, Niklas. Geht das von dem Feld? Ja. Ich habe mich da gerade hingestellt. Yes. Teleport. Was? Wähle ein gültiges... Ach, muss ein Land 6-Ecks sein, okay? Äh, ein Fokus? Hast du einen Fokus? Nee, nee. Du hast einen Fokus benutzt. Du hast einen Fokus benutzt. Ich könnte natürlich theoretisch auch das Gasthaus benutzen, ne? Meine Runde ist eh zu Ende, da habe ich mich voll geheilt. Ja, mach beides. Ja, ja. Pennen wir immer da. Dann ist glaube ich eh... Ich gucke nur gerade... Ich kann noch ein Gottesbad kaufen dann, ne? Weil ich dann genug Geld habe. Ich könnte drei Gottesbad kaufen. Und noch oben. Safe. Du it, du it. Aber denkt dran, das ist eine Pfeifenhändlerin, ne? Ja, egal. Wenn wir nicht leben, dann ist eh egal. Ja. Kampf. Nice. Gut, gut, gut. Sehr schön. Recovert. Recovert. Und müssen wir dann jetzt nach oben, ne? Nach... Ja. Ja, nach links müssen wir eigentlich, oder? Nach Warton, ey. Ganz oben in die Mitte müssen wir. Töte im Reich der Wächterwelt Chaosanführer. Da ganz oben mittig. Die Norden hat noch immer einen Fluch, ne? Der ist jetzt in der Oberwelt, ist der jetzt nicht so geil. Und der wird halt auch nie weggehen, ne? Der muss man einfach runter machen. Ja, bis ich was nehme, ne? Dagegen. Ja, im Kampf ist der irrelevant. Beeinträchtigt im Fight nicht, aber in der Oberwelt schon. Naja, aber irgendwann kommt man bei einer Stadt vorbei. Es muss ja jetzt nicht Kreuzkopf sein. Ja, dann muss ich mir was holen dagegen, ja. Oder wir finden dann einen Loot. Der ist weg. Kann doch nicht sein, dass ich irgendwann Glück habe und ein Kraut finde, dass das weg macht, ne? So, ich geh jetzt mit Gino mit, oder was? Genau, genau. Folgt einfach Gino und ich versuche aufzuholen zu euch. Sprach er und würfelte eine 2. Nee, nee, ne 5, ne 5, ne 5. 5, 5. Oh, was ist das? Was bedeutet das? Das ist einfach schlechtes Wetter, es ist gerade Regen. Ah. Macht Sinn. Können wir im Jammakt was machen? Ne, wir brauchen einen Telefon. Ich würde, warte mal kurz, ich würde da hingehen und dann die Runde beenden, um das Leben wieder zu kriegen. Weil dann bist du in Kampfreichweite. Ja, wenn ihr dann da seid. Genau. Weil das ist ein riesiger Kampf, ne, da kommen auf jeden Fall 3 Gegner, das schaffen wir nicht allein. Ja, zwei Affen und ein Rabe. Ich würde warten, bis ihr da seid. Ich habe jetzt natürlich eine 5. Was soll ich denn jetzt machen? Du kannst theoretisch das gleiche machen. Du stellst dich auf das gleiche Feld wie er und das restliche Zeug holst du dir halt das Leben wieder. Du kannst auch einen rechts von mir theoretisch. Was kann die Pfeifenhändlerin? Wissen wir nicht genau, aber wir glauben, dass die günstiger Pfeifen Upgrades verkauft. Ja, Hauke sitzt in Japan, deswegen ist die Quali ein bisschen nicht so ganz gut. Aber das geht doch klar, Leute, oder nicht? Oh ne, das ist wieder ein zufälliges Event. Aber vielleicht ist diesmal was Gutes. Ja, immer aufs Minus. Ja, dein Schild ist weg. Aber wir haben das, der besteht nochmal, kein Problem. So, jetzt kann Gino angreifen und wir können alle kämpfen. Ist die Rabe da oben auch dabei? Der Rabe da? Ich würde links einfach vielleicht angreifen. Es kommen auf jeden Fall drei, egal was du machst. Mach mal nicht Regen jetzt. Oh nein! Der Bison-Taur ist auch dabei. Oh ne, ne. Geh nach rechts und greif den an. Du hast sogar noch genug Schritte, oder? Ja. Konfetti. Zwei Kreben und ein Affe, das ist ja easy. Du jetzt. Ja. Und alle greifen es zuerst an. Ja, die Dinger, diese Chaosfelder sind glaube ich nie was Gutes. Also es ist einfach immer, wenn man da durchgeht, weiß man, dass man auf den Sack kriegt. Oder vielleicht passiert irgendwann was Gutes. Ne. Ne, das heißt auch Chaos. Also, und es gibt einen Effekt, dass man das wegmachen kann. Also ich geh mal fest davon aus, dass es nichts Gutes gibt. Ähm. Hm. Ich könnte theoretisch jemanden vorschubsen, bringt halt nichts, außer mich selbst. Das würde mir nur mehr Möglichkeiten geben. Ich mach halt so wenig Schaden. Die Krähe können was klauen, ne, und dann flüchten. Im besten Fall mach ich sieben Schaden. Ich könnte also eine der Krähen angreifen und mach dann halt schon mal Schaden. Dann kann eine Gruppenattacke die töten. Oder ich schubs mich selber vor, dann bin ich vor denen allen nächstes Mal nochmal. Also bin ich noch ein zweites erst, glaub ich, smarter. Ach, hat nicht geklappt. Egal. Verpufft. Ich baller es den Krähe weg. Ja, hau die Rechte, hau die Rechte. Ja. Und sogar AOE. Konfetti. Ich würde sagen, wir sollten immer, wenn es geht, ihn den Mittleren angreifen lassen, sobald die Möglichkeit besteht, weil dann ist halt jetzt haben wir den Großen nicht getroffen. Falls AOE kommt. Mir war nicht bewusst, dass AOE, dass du AOE Attacke machst, deswegen. Tötte die Krähe. AOE hab ich auch nicht, das ist immer Zufall, deswegen. Ähm, ich könnte jetzt die Krähe töten, oder ich mach halt, ich versuche AOE, ne? Ich versuche AOE einfach auf die Krähe. Weil die ist safe tot, trotzdem. Aber sie ist safe tot. Ja, aber trotzdem war richtig. Gute Idee. Ja, easy, da war kein Schaden. Loser, loser, ey. Drei Schaden. Guck mal, er hat sich einen Bruch an den Stab gebunden. Schade. Mach ihn fertig. Wir haben doch alle in den Gruppenwiderstand, weil ich diesen Helm aufhabe. Ach ja, stimmt. Darum macht er uns auch noch weniger Schaden. Geiler Helm. Mit der Macht des Konfettis. Alter, irgendwas ist doch komplett nach rechts weggeflogen. Wie in seinem Buch. Wolken. Okay. Ah. Ist nicht schlecht. Ist wahrscheinlich auch... Brauchen wir dafür Int? Ja. Sollts mir gleich irgendwann geben wahrscheinlich. Ah, hab ich es okay ja nicht gelesen. So. Es ist gleich Nacht. Deswegen würde ich glaube ich nach links gehen, versuchen die Krähe zu töten und den Nachtmarkt besuchen. Wir haben keine Kohle für den Markt. Ja. Ihr könnt einfach rechts gehen. Aber wir haben echt sau wenig Kohle. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir nächstes Mal mal eine Quest mit Geld annehmen. Lass doch jetzt direkt das Chaos-Akylytinen-Lager da machen. Genau. Stell dich einfach so nah ran, dass du mitmachen kannst. Ich versuche dann auch soweit zu kommen und Gino greifst nicht. Hey, das ist aber auch mehr Level 1. Also es wird genauso sein wie unten, ne? Kurze. RIP. Ah, du hast das wahrscheinlich Intelligenz, ne? Was hast du bekommen? Uh. Uh. Plus 1 Fokus. Gut. Ja, Gino hat gar keinen Helm. Ich würde es glaube ich Gino geben. Aber ich habe Talent. Ja, nimm das. Nimm. Nimm die Glocke. Kannst du auch aufsetzen. Bis wir einen besseren für dich finden. Oh, aber dann ist mein Partyhut weg. Ja, vor allem der Fokus. Ich dachte halt, der Fokus macht auf Gino mehr Sinn. Oh. Du musst es eh nehmen. Du darfst nicht verzichten, weil du alleine da bist. Oh Gott. Nimm auf jeden Fall. Einfach looten. Okay. Oh Mann. Jetzt habe ich keinen Partyhut mehr. Dann kannst du gleich wieder aufsetzen. Warte. Gib ich den jetzt direkt? Das geht nur für den dunklen Jahrmarkt. Der Nachtmarkt ist einfach nachts offen. Lieber Chat. Also Talent und Glück. Ich bin der Einzige, der Talent hat. Fokus. Also eigentlich sollte ich den Fokus. Aber das benutzen wir doch nie, Talent. Event. Doch klar. Es gibt immer so auch Talents. Es gibt immer so auch Talents. Ja. Es gibt alle 100 Jahre mal ein Talent Event. Es gibt so musikalische Waffenbootsbewegung. Naja. Und weil da ein Talent drauf ist, ist doch... Äh... Ist mein Partyhut jetzt despawnt? Ich habe eher Geschwindigkeit und Stärke auf jeden Fall. Ich gebe den jetzt Gino. Ja. Gino auch. Niklas geht noch zwei Felder hoch, damit er Wettkämpft dann gegen das Bürgerkämpfe. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Geiler Hut. Alles richtig gemacht. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Fokus macht... Ich wollte aber nur sagen, Fokus macht auf mich auch Sinn, ne? Kann ich immer safe taunten. Ja, stimmt. Fokus macht uns... Macht für uns alle Sinn. Könnt ihr drum streiten. Um den Hut. Ich könnte jetzt schon das Lager angreifen. Dann... Gino kämpft mit. Ja, let's go. Ja. Na gut. Wir haben noch hier... 2,3. Nee, 2. Ja. Wahrscheinlich müssen wir einmal hier hin, aber ist okay. Ja, wir sind safe. Loser, nur zwei Schaden, ey. Soll ich noch manchmal auf dem Hinterhalt würfeln, ey? Aber das ist halt die Gefahr, dass die dann einfach dreimal dran sind, ist so beschissen. Alter, willst du mich verarschen. Ach du Kacke. Welcher ist dran? Hä? Wieso greifen wir den nicht an? Doch jetzt. Das Spiel ist wahrscheinlich wieder abgeschmiert, oder? Nee. Aber hier geht's weiter. Die Zock hat die Verbindung unterbrochen. Oh nein! Mann, was ist denn los? Naja, das ist eben direkt am Rundenanfang. Also, wir fallen jetzt quasi nur irgendwie 20 Sekunden zurück, wenn wir einfach sofort wieder ins Spiel kommen. Ich weiß ja nicht genau, wie Gino das schafft, dass er immer so langsam ist, beim wieder ins Spiel kommen. Ey, ich bin als letztes rausgegangen grad. Spiel ist offen. Warum ist denn das? Ist, weil Internet schlecht ist gerade, oder? Ich hab, die letzten Tage hab ich auch irgendwie, haben alle Internet Probleme. Ja, eben war bei Among Us auch super problematisch. Das ist, weil alle zu Hause sitzen. Naja, stimmt, weil alle gucken Pornhub die ganze Nacht, deswegen. Leitung voll. Leitung voll, ja. Okay, let's go. Also, jetzt sind wir da einig sind wir jetzt wieder am Rundenanfang, jetzt müssen wir nur hoffen. Was ist das denn? Das ist ja ganz am Anfang. Ne, 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 das ist genau der gleiche Spielstand. Ich bin nur halt nicht mehr, ich hab nicht 5 gewürfelt, also ich kann jetzt nicht direkt das Lager angreifen. Ja, dann gehst du nur zwei Pferde davor in den Hals. Oh, was? Was sind das denn für Viecher hier? Du hast Trinkwettbewerb. Du hast kein Herz. Unwohl, Unwohl, Gift. Ich kann's verlassen. Du hast kein Herz. Das Beste, was passieren kann, sind zwölf. Das heißt, super geringe Chance, dass ich Unwohl oder Gift oder Gift ist hier, ich verlasse das. Okay. Geil. habe ich das gefühlt irgendwie nie, das zu machen. Dodge. Ah. Okay. Okay. Einfach mal 7 und 1 direkt. Um 1. Dort. Nice. auch. Sehr gut. Bin das einfach zu schlecht. Alter. Man. Shit, was machen wir denn jetzt? Die sind noch mal dran, bevor Hauke dran ist. Ich muss einen aus dem Spiel nehmen, dann kann ich euch heilen. Im Mittleren. Ja. Okay. Der ist sehr schlecht. Let's go. Aber ich habe keinen Fokus mehr. Aber ich muss einfach gut rollen jetzt. Ich roll jetzt gut, okay. Pray. Oh, ja. Nice. Nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Jolo. Leider kein Flächenschaden. Das war trotzdem gut. Aber zwei Fokus gewastet jetzt. Okay. Gewastet? Der ist tot wenigstens. Danke. Schöner hier. Schöner hier. Ach komm jetzt. Ja. Geil. 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 Geiler Typ. So. Wer ist als nächstes dran? Er. Vielleicht würde ich auch ein bisschen darauf achten, dass wir die Defense besser aufteilen. Also sowas zum Beispiel wie, keine Ahnung, dass wir ausweichen auf alle verteilen und nicht nur auf den Tank. Stimmt. Es ist schon stark. Wenn man wenigstens eine Defense hat. Was habe ich denn ausweichen? Die Hoffenheilung kostet mich jedes Mal eine Kraut. Also ich kann es nicht die ganze Zeit benutzen. Na ja, ihr Loser. Nice. Sehr gut, sehr gut. Dodge. Na vier, Noah. Nix kannst du. Konfetti. Was ist das? Konfetti, Alter. Das ist so gut. Schön. Also. Ich könnte theoretisch, aber das macht keinen Sinn. Ich mach Gino. Ich hätte Niklas auch vorschubsen können. Der wäre auch bis ganz nach vorne, aber der hat ja eh noch den Spott an. Genau, der Spott läuft noch. Dann kannst du schlecht den töten. Jawoll. Oh yeah. Jawoll. So, wen greifst du greifst? Das wäre geiler, wenn man so Taktikmöglichkeiten hat. CC und so ist schon sexy. Ja, das stimmt. Wir müssen als nächstes mehr einen Kugler kaufen, damit er mehr aushält. Ja, Spotten bringen nichts mehr, weil jetzt habe ich auch weniger Leben. Nee, jetzt musst du Damage machen. Jetzt geht's rauf. Ui. Schön. So rotzte er ihn weg? Jawohl. Ah nein. Nice. Genau neun. Schön. Sehr gut. Hervorragend gerotzt. Mein Lieber. Ein guter Heal vorhin. Jetzt können wir direkt das nächste Lager machen. Das ist direkt über uns. Wir haben auch relativ viel Geld bekommen. Geschwindigkeit ist aber gut. Neun Schaden. Ja, warte. Keine Stats. Ich will eh nicht haben. Schritt ist aber schon nice. Bei neun Schaden nur. Du kannst halt ein Schild damit benutzen. Das ist halt ganz geil. Hat halt nur einen. Es ist halt quasi immer alles ein kritischer Treffer und Rüstung durchbohren. Ja, Rüstung durchbohren. Und das gilt mit Herz. Moment. Wenn Gino damit kritisch trifft, dann wird das immer dann eine Gruppenattacke. Aber ich weiß nicht, ob Gino das tragen sollte. Gino macht halt viel mehr Schaden, wenn er gut rollt jetzt gerade. Maximaler Schaden neun. Einzelnes Ziel. Rüstung ignorieren hat der. Aber denk dran, wenn ich Krit mache, ist automatisch AOE, ne? Das meine ich. Das Ding hat einen. Du kritest immer, wenn du damit angreifst. Ja. Ich weiß nicht, Jungs. Also ich glaube, wenn, dann sollte ich das eher tragen. Kannst du dich mal versuchen für einen Kampf? Ja, oder so. Den gibt Niklas das. Weil das ist ja Einhand. Aber Niklas? Das ist halt Einhand. Okay. Ja. Also meine aktuelle Waffe macht ja 10 Schaden, ne? Also die macht einen weniger, aber dafür Rüstung durchbohren sollte. Ja. Aber dafür rollt die auch nur ein. Also ich würde es mal probieren. Ich habe kein AE damit, ne? Ja, probier mal. Mit Geschwindigkeit und Krit ist doch geil. Kein AE. Hm. Also ich finde die scheiße. Ich finde die für alle scheiße. Ich würde die zumindest mal ausprobieren. Also wollte ich gerade sagen. Kritik Gino ist das nur mit zwei Hand. Wenn nicht, ist die absolut über Porno für ihn die Waffe. Er würde jedes Mal, wenn er einen, wenn er trifft, würde er automatisch alle drei Gegner für neun Rüstungsdurchdringen treffen. Finde ich schon gut. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal ausprobieren. Das geht nur mit zwei Hand, oder? Das geht niemals. Das wäre so OP. Wollen wir es jetzt testen oder nicht? Oder was? Oder wer? Wir haben eh kein Schild aktuell. Das heißt, wenn du sie nehmen willst, nimm erst mal. Ich teste sie jetzt mal. Ja, teste mal. Jetzt haben wir ein Schild. Schon wieder das. Das habe ich übrigens auch noch, ne? Das habe ich noch übrig. Okay. Ein Chaos weg. Sehr schön. Sieben Geschwindigkeit. Jetzt bin ich auf 63. Das heißt, vielleicht bin ich auch früher dran jetzt. Wenn man alle Würfel schafft, dann entsteht die Möglichkeit zu kritten. Also 10 pro erfolglichen Angriff. Schon wieder Absturz. Wir reden über Ginos besondere Fähigkeit. Ist schon wieder Absturz, Jungs? Nee, oder? Ist ein bisschen langsamer manchmal. Du hast ja doch einfach niemand gedrückt diesmal, ne? Also das ist natürlich auch ein Problem. Ich konnte nicht drücken. So... Ich bin dran. Kannst du nicht irgendwo deine Fähigkeit sehen, Kino? Bitte? Kannst du nicht irgendwo deine Sonderfähigkeit mal angucken und sehen, was die genau kann? Nein. Ja, doch, kannst du. Du klickst unten auf Werteleiste umschalten, neben deinem Rucksack. Dann steht oben rechts, steht dann Fähigkeit... Also da steht Klassenfähigkeiten. Gruppenheilung bei dir zusammen. Elite Tür einschlagen und Gerechtigkeit. Was macht Gerechtigkeit? Lies vor, was da genau steht, das meine ich. Nee, das steht halt... Ach so, da Gerechtigkeit. Chancen auf zusätzlichen Flächenschaden, wenn mit einer Zweihandwaffe ein perfekter Schlag ausgut wurde. Mhm. Okay, dann geht das nicht mit dem durch. Passiert bei euch gerade, was? Ach, kann nicht mehr auf den Kino? Okay, ich kann mir auch eure Ficht... Äh, Gino ist noch dran, schon wieder. Ja, ja, ich hab mal so einen guten Kumpel. Ach so, okay. Ja, dann mach mal deinen Trinkzeitbewerb, Kumpel. Ja, ich sauf dir mal. Nice! Zwölf Gold, Alter. Nicht schlecht. Shoot! Also da rechts ist einer, da kriegen wir vollen Fokus. Und zwölf EP. Gino da ran schubsen. Der hat erstens keinen Fokus und zweitens bringen die EP eben gerade am nächsten Level ab. Dann lass mich jetzt hier einfach stehen, weil ich möchte heilen für den nächsten Fight. Okay. Gino rollt jetzt mindestens eine 4, weil dann kann er springen holen. Ich bin sehr ärgerlich natürlich. Oh! Ah! Für was ist die Probe? Für Auge? Auge. Haben wir überhaupt am Auge. Ja, dann geh ich jetzt zu der Probe, das macht jetzt am meisten Sinn. Ja, das ist die Probe, ja. Oh! Minus 6 EP. Oh! Die Proben habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Haben wir ein Glück, ey. Die funktionieren aber nicht. Haben wir ein Glück. Und noch ein Gelee-Würfel. Nur der Würfel, alleine. Ja, alleine ist easy. Ich würde jetzt mal einen Hinterhalt versuchen gegen diesen einen Würfel. Okay. Du hast ja auch Auge, ne? Klappt eh nie. Machen wir nie wieder. Hinterhalt ist einfach eine rotzlose. Also tut mir leid, es ist wirklich eine nutzlose Fähigkeit Hinterhalt. Weil das einfach, wenn es schief geht, so schlimm ist, dass es nicht rechtfertigt ist, wenn das klappt. Wir sind alle vergiftet. Was ist denn los? Ist ja komplett unlucky. Alles. Ja, der letzte Run war viel geiler. Aber das können wir, das können wir kontern, das können wir kontern. So. Ähm, ja, die Waffe, die bringt mir jetzt nicht so viel. Weil der hat ja keine Rüstung. Frag dich trotzdem an. Ja, ich stech ihm jetzt rein. Also, bis der eine Schaden mehr, glaube ich, sich austört. Weil die Crit-Chance ist ja auch höher durch den einen, ne? Das heißt, du siehst ja erst so einen gekritt, hast 10 Schaden gemacht. Also ich glaube, bis der Waffenwechsel sich lohnt vom reinen Schadenswert, da musst du ganz schön viel machen. Ey, was macht der? Natürlich trifft er kritisch, weil jeder... Kritisch treffen. Die können nur kritisch treffen, das darfst du nie vergessen. Geil, ich bin einfach ein starker Typ. Ja, aber ich wurde schon gut. Gelee. Ich mach Gelee. So. Ähm. Ja, ich hab grad hier das Gold. Oh. Magisch. Wieso teilst du das nicht? Das ist doch Latte. Plus, ihr habt eine Crit-Chance. Magischer Schaden. Das ist Hauke, ne? Ja, das ist echt der Einzige, der magischen Schaden macht. Wir schieben das Geld doch eh immer hin und her. Wenn wir was kaufen wollen. Ja, aber es ist einfach, wenn wir es aufteilen einfacher. Dann muss nicht jeder immer irgendwo hinrennen. Das blöde ist, jetzt hab ich natürlich überhaupt keinen Schaden genommen. Wir sind vergiftet alle. Wollen wir jetzt eigentlich zum Lager oben? Ja, wir wollen das Lager jetzt machen. Mit Gift, Alter. Müssen wir, müssen wir. Wir haben keinen Heal, ne? Doch. Wir haben noch einen Heal. Doch, wir haben noch einen Heal. Ach ja, da. Okay. Ich hab ein Gottesbad gefunden. Einfach gefunden? Ja, das ist die Fähigkeit. Die kommt nur nie zum Einsatz. Deswegen denkt man, ich kann nix. Direkt rein. Direkt rein. Ja, den Schrein. Erst den Stein nehmen. Schrein, Gino. Sehr gut. Boah, wie geil. Und Veit. Nice. And now Veit. Auf geht's. Hinterhalt ist nur 4% Erfolg. Ja, halt's Maul. Ist einfach geil, so der Hinterhalt. Oh, ein Anführer? Oh, oh. Ja, das ist für die Quest. Deswegen. Konfetti. Einer muss klicken. Einer muss drücken. Ja, ja, ja. No offense, fast immer Gino, wenn jemand vergisst zu drücken. Hey, hallo. Das war Macho-Fans. Oh Gott. Nein, ist gut gemacht. Gut gemacht. So, jetzt. Der Mittlere greift zuerst an. Das Ding ist... Ich hab 16 Leben, ne? Und Gift. Es könnte sein, dass ich sterbe, theoretisch. Wieso haben wir alle so einen Malus wegen des... Oh Mann, fäng dich doch, ey. Das ist... Lass die Runde einfach beenden. Dieser Char kann einfach nichts. Das ist so nervig, Alter. Es fehlt halt alles bei diesem Typen. Es ist halt so ein nutzloser Müllhaufen gerade, dieser Charakter. Das ist so ganz durchbohren. Deswegen ist die Mitte schon sinnvoll. Ja. Für die erste Schilder... Oh. Ey, leck mich doch. Komm jetzt, wirklich. Wir kriegen ja jetzt maximal das... Ja, komm, Alter. Was? Wahrscheinlich. Ja, Niklas, du kriegst gleich Gift-Schaden und das EGG. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ist vorbei. Ist vorbei. Ich bin auch kein Leben mehr. Wollte grad sagen, da kommt jetzt nix machen, war einfach super unlucky. Ey, so unlucky. Keine kleinen Gegner. Wir haben nur gegen große Gegner gekämpft. Ich verklag den Entwickler. Das sind mal das Gute an Indie-Entwicklern. Die haben auch keine guten Anwälte. Dotz! Ja, guck mal. Dottke! Dotz! Dottke! Ist doch geil, dass die dann alle ihn fokusten, logischerweise. Okay, beenden. Ja, komm, raus. Tschüss. Scheiße, Mann! Ey, kacke! Oh nein. Jetzt kommt ne gute Runde. Jetzt kommt ne gute Runde. Pass auf. Oder wir nehmen ne andere Map mal. Warte Wissenslang. Ey, ich bin echt stark für ne andere Map, Leute. So langsam. Okay, okay, okay. Alles klar. Dann kommt jetzt das... Wissenslang nochmal kurz. Dann kommt jetzt das Frost-Abenteuer als nächstes. Ich hätte Bock auf mehrere Charaktere, ne? Und meinen Fadermorder brauche ich auch. Ist offen. Ist offen. Ist offen. Ist offen, okay. Ist offen, okay. Ich hab's verkackt, was soll ich denn machen? Ich kann... Die Klasse hat's verkackt. Die Klasse wieder. Ey, ich war noch im Laden und bin vor Gino im Spiel. Ich war auch im Laden, hallo. Jetzt kommt der Run, ja. Das wird der Run jetzt, Freunde. Das wird der Level 20 Run. Ich soll wieder Herbalistin nehmen, richtig? Kannst du nehmen, was du willst. Das ist halt ohne den Teil, die Heilung ist schon kacke. Also ich fand Mindelsänger halt, macht mehr Spaß, aber ohne Heilung spielen ist schon echt räudig. Ja, dann nimm den Sänger, wenn du Bock hast, ne? Also... Ich glaub, die Heilung ist leider so ein bisschen must have. Die ist halt mega gut. Die haben halt... Allgemein haben wir immer schlecht gerollt jetzt diese Runde auch. Ja, diese... Die letzte Runde war Hammer. Aber es ist halt ein Luck Faktor einfach, ne? So, noch blasser, das bin ich. Okay, so. Okay. Leute, always Hardcore. Ich bin immer auf Meister, weil wir sind Meister. Wir müssen damit leben. Äh, äh, ja. Äh, äh. Äh, äh. I feel Hardcore. So, Abfahrt. Ey, der Hut... Sorry, ne. Das ist unzumutbar. So kann kein Mensch aussehen. Mein Hut? Ne, mein Hut. So. Der Schatz der Frostbeule, die Spitze. Aha. Ey, das ist genau das Gleiche. Ist ja genau das Gleiche. Nach Norden in Richtung Frostbeulenspitze. Ja, ja. Questziele findet das... Nicht alles, da stehen die Questziele hier, Ottos. Finde dies im Reichtes, ähm, der Wächterwald und enträtzele es. Ende eines Wettkampfs. Finde dies im Reichtes... Ja, okay. Ja, wir müssen halt zum Wächterwald, ne? Wächterwald, Wächterwald. Äh, das... Das ganze Gebiet hier heißt Wächterwald. Ja, Sigi, Alter. Direkt ein Kampf. Hä, dieser Sigi, oder? Was jetzt passiert? Ja, weil ich als erstes drin war, Freunde. So nämlich. Ja, ich würde gleich hier kämpfen, ne? Ja. Drei Krähen. Oh, ja, komm. Hinterhalt, 4% Erfolg. Weg, ja. Komm. Nee, nicht hinterhalten. Nein, hör auf mit Hinterhalt, warum? Die sind immer zuerst drin. Ja, weil die halt zu dritt angreifen gleich. Ja, wenn wir hinterhalten machen, unsere direkte Nachteile. Wenn du jetzt hinterhalt verlierst, sind die sechs Mal dran, bevor wir einmal dran sind. Doода! Huuui, Riot! Huuui! Huuuui! Du könnt die eigentlich auch kritisch treffen? Meint ihr das, können die? Huuuui! Huuui! Here steh ich ja ganz links, Na gut. Ich hab keine Quest angenommen, ne? Deine Axel 6x! Hey, ihr seid ja noch in der, in der Stadt. Hat gar nichts gebracht, ich versaut um. flächenschaden machen dann kannst du mittleren töten und den rechten erwischen wenn du auf den mittleren gehst ich mache vielleicht auch einen rechten lieber wenn ich flächen schade natürlichen linken auf jeden fall ich mache beeinflussen wer waren dran ist hier wird gerade seinen tank in die mitte packen ist eine bessere idee bei zukünftigen wands ich dachte ehrlich gesagt das hängt irgendwann unsere geschwindigkeit ab oder so ja die geschwindigkeit wir waren das ja ja wir waren dran ist und die attacken die haben auf jeden fall auch verschiedene intelligenzen also wenn wenn einer los bei uns dann greifen ja zum beispiel mal den an warum wissen jetzt noch einmal gino vor mir dran das ist ja auch wie ich bin ich bin ich du warst also erstes dran an die stimme du bist nur in der ordnung ist ja das ist zwei bewegungen das geschwindigkeit so auf jeden fall quest mitnehmen ja eben sich fest annehmen kannst du noch weiter einen kann ich noch weiter rufen macht auch direkt das elfen lager auch noch so ja auch drei elfen aber ne reiner ja die schmied hier auf drauf machen wir weg und alle immun gegen feuer die können kritisch treffen angriff verringert geil und noch mal auf mich warum denn nicht auf mich hat sich alle geschaffen geschützt ja geil das heißt wir müssen den kompletten schaden des nächsten angriffs ja ja greifen die linke dann solltest du jetzt eine katastrophe lassen du solltest einen angreifen hauke sicher ja weil sonst was die ok also würde ich sagen keine ahnung hast du einen besseren vorschlag so würde jetzt ein ja ich könnte ja auch versuchen auf die mitte aber krit bin ich mir nicht sicher ob es klappt 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 ok ja schade ja so wie die haben unsere angriffe in dem einen angriff verringert alter wie krass er der verringert richtig hart super wenig schaden gemacht ist immer noch übrigens naja 6 6 habe ich das sind halt jetzt immer auch mit neuem app die pips warum hast du keine augen gemacht chat hört auf jetzt das problem ist du bist ein echten platt gino warum hast du nicht zufällig random generated gemacht jetzt kannst du auch glaube ich wieder richtig schaden aber wir können immer nur die angreifen die das gerade nicht hat alles andere macht wirklich keinen sinn aber du könntest auch machen und alter was bringt glaube ich gar nichts weil guck die sind ja dann wieder dran und macht keinen sinn solange die immer dreimal hintereinander tragen sind ja und die wenn die geschützt sind dann auch nicht jetzt kommen wir einfach die mittlere weg es ist egal machen beide genau gleich viel schaden auf dem solotag jetzt macht sogar sinn weil die nur nach der dran ist ich mache übrigens nur gerade fünf schaden wenn ich perfekt treffe also wenn ich nicht perfekt treffe natürlich wahrscheinlich nicht mal weil mein angriff verringert ist aber was soll ich muss ja angreifen könnte auch focus nutzen ja jetzt ist egal was ich mache eigentlich ist eigentlich egal ja das ist völlig gut wäre das ding ist der mindere ist jetzt weg das heißt das schützen können jetzt nur noch auf einen machen verpufften und angriff verringert geil ist ein richtig guter wert ich habe nicht was macht das ist völlig willkürlich was ist denn jetzt hier ist gar nichts einfach nur vorgezogen worden anstatt hier es ist halt so gut wie nichts passiert ich bin jetzt da hinten einfach noch ein zweites mal dran ja ich versuche jetzt ja mann über der jetzt kommt drauf nichts auf glück macht die tod ich habe die halt einfach ich schütze mich weiter ist eigentlich gut wenn eine das macht jetzt müssen die rechte weg ballern hören nochmal sehr schön manches gebracht okay ist aber noch angriff verringert okay ich habe nicht mal fünf schaden wenn ich angreife ich mache fünf schaden du hättest mehr schaden egal auf den immer schaden machen wenn du kannst nicht das schild weg kloppen das bringt gar nichts komm 5 4 also ich glaube man sollte gegen die ersten am anfang einfach immer die angreifen die gerade kein schild haben und dann sich drum kümmern wenn man nur noch die hat ja gut endlich wieder kritisch aus die rechte um ich mache dem was kann ja 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 ich mache im idealsten fall mache ich dem irgendwie zwei schaden ja minus drei ich kann drei schaden machen zwei werden abgezogen verpuffen dass wenn das nicht funktioniert einfach nur also um zu sagen jetzt müssen wir draufhauen demoralisiert werden dass wenn nur noch einer da ist und die anderen beiden tod müssen die wie fliehen oder angriff verringert oder sowas eigentlich wäre das sind was ja gar kein schaden jetzt gegen die noch ich bin so dumm also ich bin so dumm du hast gottespart genommen ja es läuft es läuft ich bin auch selber schuld ich habe mir ablenken lassen die ganze zeit mit gelesen und irgendwie ich so ich muss einfach mal aufhören das spiel einfach spielen und die lebt noch zwei schaben kannst du jetzt bitte einfach sterben ich mach dir nicht mal ich kann der einen schaden machen mit was macht diese fähigkeit was macht diese fähigkeit jetzt töte sie das war der worst das war schlechter geht es nicht ich bin halt echt gleich ripp bekommen wir haben nicht mehr ep bekommen sechs das allerschlimmste machen wir ihn jetzt hier nun muss jetzt zurück in die stadt laufen und sich heilen in die nacht ruhen einen fokus benutzen damit du jetzt schon wieder danach da bist und dann halt das gasthaus benutzen ist einfach super wenig ep gegeben und das geld können wir direkt wieder für heilung ausgeben ja ist komplett nix sechs ep war gar nichts komplett nutzlos und die gottespart haben auch noch benutzt das zumindest neun gottes absoluter horrorstar richtig das dümmste was ich je gemacht habe jetzt wird nicht schwer dass es schlimmer geht überhaupt lass resetten oder wollen wir den wirklich machen könnte ist ich könnte jetzt die tanzenden nesseln benutzen habe ich zwei mehr bewegung da könnte ich direkt nach holzrauch laufen da wenigstens mal die quest annehmen ok warte bevor du das maß gebe ich dir geld und du kaufst okay zumindest den gottesbad hier raus ich könnte also es gibt eine quest für drei gruppen es gibt eine für ein leben das nehmen wir gibt es kein chaos auf der map gibt es kein chaos auf der map stimmt vielleicht die map an sich einfach schwieriger aber dafür gibt es keine holzrauch bis chaos kommt ne 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 da war direkt chaos drauf ja stimmt und direkt chaos oder was direkt gibt es keine eilkraut bei der stadt ne wirklich vielleicht ist die map einfach schwieriger also die aber dafür gibt es kein chaos ein leben leben nehmen was gutes wieso was hier gibt das bad ich kaufe ein hau raus hau rein mein ich questbrett gegenstand magischer start mit zwölf schaden und explosionen der ist aber zerbrechlich fokus ist nicht möglich nein denn da gibt es ein bestien menschen töten dann gibt es eine gruppe mit acht gruppen ep das ganze jahrs acht gruppen p klingt gut finde ich und das letzte werden 30 gold ich würde die acht gruppen ist ganz geil dass das chaos hier nicht gibt dass man bei den quest mal die guten nehmen kann wie ist denn die quest ich muss trank nach auaton bringen ach so die hast du jetzt schon muss einfach wieder zurück ich glaube ich habe ihn jetzt in ordnung bringen zurück nach holz rauch das könnt ihr doch auch machen wenn es gehen ja nieglas kann es jetzt machen was ist es ja und dann brauchen die pfeife hauke kein geld ihr seid so das ist ja du musst jetzt einfach nur holz auflaufen und abgeben auf die gleiche rote wie ich bitte ich überlege gerade ob ich einfach zwei focus benutzen uns direkt abgebe weißt du was machen ja ja warum nicht aber warte erst mal ein bisschen bis zu die drei gelaufen ist ja schon ganz klar mit den acht gruppen p p schöner tag nehmen wir machen auch gold sag ich dir das stimmt ja ich würde sagen gino sollte auch einfach herkommen wir können an diesen bestien menschen machen soll ich mich mit den neuen mit den neuen gold du hast noch hoch heilen ja ich würde mal links lang und dann versuchen ob ihr damit drin sollte dann kriegst du auch deinen fokus wieder weil deine runde ist eh zu ende erst mal neun und dann nochmal fünf ich würde jetzt da links rum dass du bis zum bestien menschen in reichweite kommst also quasi dahin perfekt niklas müsste auch in reichweite sein es könnte sein dass der stinkel kobold mitkämpft das heißt der talcobold weil der so viel talg irgendwie hat das talg boy warum hast du jetzt den fokus benutzt wäre doch so in reichweite gewesen nicht gegen ihn um ihn zu ich wollte jetzt mal gucken ob ich gegen ihn schon kämpfen kann du musst auf dem feld sein das wissen wir alle ich meine ich könnte jetzt aber ihr seid nicht noch mehr fokus verschwenden das war das war schon doof genug na gut okay die schaden hauke du kannst diese runde eigentlich nichts mehr sagen weil du hast den gottesbad gewastet hier gibt es keine neuen quest in der anderen stadt auch nicht ist es jetzt kalt oder was ja ja jetzt kälte schaden wahrscheinlich nachts außer sind in der stadt natürlich ich greife den jetzt mal an der talcobold kämpfe ja mit müssen irgendwann level abbekommen alleine gibt es konfetti ins gesicht schön in der halt die sie deswegen deshalb dran der schwanz nasen mann 37 7 hat und eine rein ist hier machst du meistens damit wir haben ja warum wir haben ja von normal um würde ich sagen ja ja komm mit dem musiker dass der immer dran ist am anfang let's go ein ep bringt der normale gegner bringen halt gar nichts so dass der wieder das ist der wieder ja es war wieder zwei an ja der war ganz gut ja das schmettern und sagen war beides gut ist zweihand ist zweihand ja ist oben steht um da okay okay der gibt ja ist tatsächlich ein unbestimmter bonus meinen eile ding also kann halt sein dass ihr ganz nach vorne kommt kann sein dass so gut wie nichts passiert wobei meiner hat natürlich auch zwölf einfach nach hacken kräftiger schlag ja dann ja ich sammle den und dann kann man ich bin noch zuerst noch mal gucken gucken wir machen was machen dunkler jama keine karte für ohne quälst ist jetzt unsere aufgabe jungs wir müssen sachen finden wir können jetzt einfach müssen auf der map rumlaufen und sachen suchen das ist ja interessant ist ja ganz anders unten rechts das thema wolf lager ich lebe hier dann kriege ich wenigstens kälte schaden schon wieder ja und man kriegt keins wieder wenn man draußen rum steht also ich habe jetzt mit einem beendet habe nichts dazu bekommen ich habe nur kälte schaden bekommen das ist ja das ist ja super hart die map aber dafür ist kein chaos doch was gut ja gut gibt es ein chaos was recht auf die kälte wird das ist steht das irgendwo ganz rechts oben schneesturm beeinflusst bewegungswürfe und begegnungen taverne müssen finden und ende eines wettkampfs ja wollen wir jetzt mal ein paar leute vermopsen nach rechts ja das sind ja die einzigen gegner also wir können leider versuchen links aufzudecken ja können wir auch machen aber das wasser auf jeden fall weit kommen da links das ist ein pier und die stehen immer am wasser das heißt da geht es glaube ich gar nicht wirklich viel weiter außer unten links süden könnte es noch weiter gehen theoretisch dann auch nach links aber wir können aber auch nach nordost können wir auch machen also nach norden ist das ein level 0 gegner wäre das vielleicht eine ganz gute idee dann gehen wir noch aus dann können wir nicht nur mit das ist ein schöner kampf da oben was das tiefer pool stellt dich auf die probe im leben jetzt hast du nicht derzeit niklas du auch gino du hast doch 75 du bist auch nicht so schlecht ich würde jetzt hingehen das stimmt kommst du wohnst in der pool ich sehe den gar nicht dann auch da ist die nur halt ziemlich weit weg von uns der weniger richtig weit weg ja ich würde schon nach rechts gehe ich der pool ist mir gerade zu riskierig okay dann kommen wir später noch meinen everybody du es ist dieses ok und kälte starten wahrscheinlich hier na klar immer ein damage das ist echt hart ah nee da geht es dann alles rauch hättest du jetzt noch mal heilen können aber es ist leider kein geld dabei scheiße hätten wir dir noch geben deswegen immer teilen deswegen immer geld teilen dann habe ich nicht was zu verkaufen ich habe eine provisorische keule und das gino so ich glaube erst mal würde ich sagen okay da kann gino aber nicht mehr doch okay dann super drei schul die klauen uns wieder zeug die haben wir um einfach die klauen direkt in die kann die gottes bad das wäre so typisch diese runde kommen an klauen direkt in gottes bad gehen dann alle auf die das war jetzt umhauen es wäre mir auch am liebsten wenn wir was umhauen das ding ist ich mache also popel wenig schaden das immer mehr sinn macht das zu versuchen was einfach ich mache so wenig schaden wie wir schauen machst du perfekt triffst 7 6 wenn ich perfekt treffe 6 ok sieben hat er gereicht ich schaffe nicht kann die nicht töten und wenn ich jetzt jemand vorschubst das hat immer die chance der sie noch mal angreifen dürfen dann macht er zwölf schaden oder so jetzt klaut der gottes bad fliege und fliegt direkt in standflucht wir spielen holzfäller links was ist da oben das herz lebensvorrat ok lehrt sich liebes vor ort ok da kann ich nicht widerstehen das war richtig wohl dass du den genommen hast so wohl dass hauk es nicht bekommen hat man da kann man doch bestimmt spiele spielen dann gino schon vorne ja ich kann muss eigentlich davor und dann aussetzen ein bisschen ein feld vorn aussetzen dann kann man da fallen gleich wir müssen beide hinterher kommen jetzt ich könnte die visions schrift rolle benutzen und irgendwo ein ort aufdecken ich guck mal wie weit das gehen würde das geht überhaupt nicht war doch ich könnte hier rechts alles aufdecken ja irgendwie orphan armor armor mama crezy bernicht bei jeder sich da während ja beide und noch eine genau untenbrunnen alter verholfen da müssen wichtig nach da wäre man durch 800 oder brand oben rechtstop mitnehmen wie das doch riesen umweg auf einer map auf der man nicht so viel draußen sein sollte würde ich jetzt nach unten laufen ich würde nicht nach da oben gehen und vor allem wo ist das andere lockt jetzt muss jedoch auch irgendwo sein vor allem wäre es vielleicht sogar eine option dass man mal unser lager benutzt also dass ich jetzt vor dich gehe das lager benutze gino dann auch dahin aber jetzt nicht einfach mir vorbei ich schiebe die sieben gold rüber und dann heizt noch mal noa ton ohne krähe schaffen die zu zweit sind zu dritt sollten wir nicht machen mit meinem poppelschaden nicht die miese kohle ja ja ich schiebe so wie lange wollt ihr heute machen so was mache ich denn jetzt ich stelle mich ich kann einfach stehen bleiben auf gino waren muss gleich eine vierwürfel das wird erst noch focus ja muss zur notfokus benutzen geno recht stellen dann hätte es erweitert kann es sein dass du da stehen bleiben musst aber du musst daher durch also glück das schlimmste was dir passieren kann ist ein zufälliger fluch ja 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 ich schon die lp am gembe 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 kommst du durchs nicht sehr gut sehr sehr gut die alles richtig gemacht muss jetzt stehen bleiben musst du stehen bleiben wir können wir kämpfen wir müssen dürfen sie sich töten bevor hauke heilen kann so hauke stimmt ja wir müssen wissen ist wieder der nutzlose dings man könnte jetzt wir können ja ein hinterhalt versuchen aber wenn er schief geht dann ist hauke auf jeden fall tot jetzt zwei fokus benutzen du hast nur ein für hinterhalt ja ich stimme ich habe nur ein können zu suchen du musst halt perfekt treffen macht er 64 prozent ich bin zuerst dran kein fokus mehr er klappt einfach drauf vielleicht schaffen wir diese vor die dran ist ja wir schaffen bevor die dran ist einfach jetzt auch nicht heilen einfach rauf einfach rauf ja einfach rauf ja stimmt schon nicht noch mal du findest du einfach jetzt ja 15 her hin zu stellen ja 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 schön um gottes bord mein herr ist irgendwie nicht so ich wollte wirklich gerade auch benutzt und jetzt an die kräfte angreifen und sich level ab braucht auch gar nicht heilen let's go und die machen auch nicht so viel schaden weil es das hält aber trotzdem let's go let's go rauf darauf kein hinterhalt diesmal bitte nicht das glücküber strapazieren das überlebt hauke das überlebt hauke safe 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 was ist abgestürzt 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 nein 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 er ist auf mich jetzt aus und nein mann was ist denn los verbindung ist irgendwie doof was ist mit anderen versuchen zu spät weil ich kann noch mal zurück dann habe ich zwar ein bisschen delay aber meine internet verbindung ist oder wir können auch mal indien heute probieren sonst in europa einfach europa dann sind wenigstens über zwei leuten bis jetzt weil ich der einzige der ihn noch nie in disconnect hatte europa europa danke für den host ich habe es jetzt gesehen aber ich habe wahrscheinlich gar nicht gemerkt wie viele leute es sind willkommen herz willkommen bei hauke wie viele sind es kann ich sehen ich kann nicht raucht haben weil dann da bei dem spiel der sound weg ist so war mir jemand anders sagen wie viele leute das sind 260 waren es gut es läuft sehr gut unser spiel ist hervorragend nur gute maps heute alles noch mal und keine fünf und aber jetzt den kommt 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 das wird minus 4p sagt so eine pflanze bekommen wir kriegen die ep nicht von dem pflanzen kam und die krähen füllen das aber auch hinterher versuchen sonst nee nee komm bringt doch auch gar nichts versagen sie die sechs mal dran naja aber wenn ich gewinne die noch auf den rechten gehen und auf den linken auf den rechten und den linken es bleibt dabei es bringt halt nichts wenn ich die angreife doch wenn dann tötet ihr die mit einem aoe wenn ich auf den linken oder rechten gehe ich kann auch ich kann auch ich kann auch mach du auf dem mittleren weil der hat nicht geklaut und die nur tötet ein und ich mache auf den an mittleren auf dem mittleren natürlich damit weißt du okay ich verstehe es gerade wirklich überhaupt nicht wieso das sinn macht wir wollen da unbedingt müssen wir den linken und den rechten töten wirklich ja aber hör doch mal zu hör doch mal zu gino haut den linken um sowieso ja ich hau den rechten um sowieso aber wenn du jetzt den mittleren der match und ich auf den rechten mache dann töten wir alle drei in einem streich wenn du ja doch ja schon richtig macht fünf flächen nicht mehr sind wenn ich dann einfach fokus netz setzte und wir einfach das noch sicherer spielen wenn ich jemanden vorschiebe das macht er dann noch mehr sinn weil du brauchst du nicht dann tötest du auf jeden fall einen ich töte das so hier der auge macht genauso viel schaden auf solotage wieder andere ich finde es nicht sinnvoll ich mache es jetzt einfach was ihr sagt ja ja genau vertraut mir ja sie und mittel ist weg ich setze lieber ein fokus wieder super duper jungs nur geiles zeug habe ich ja noch nie gesehen wo kommt der geile loot her kann ich noch mal machen dann kann ich den rest einfach noch aufdecken das ist aber allerdings nur doch rüstung und dann widerstand so das war es ich kann nichts noch machen hast du es auch endlich gemerkt 3 reicht das näher ich bin fokus benutzen ich bin doch reicht reicht doch für ihn hingehasselt questbrett gibt es nichts ich habe nicht genug geld für die pfeife leider aber hier was hat er was ich kann die nacht ich kann hier die nacht verbringen ich muss ja eh ne ja ich theoretisch auch aber dann haben wir wirklich kann ich mir die pfeife kaufen ja ich muss eigentlich die nacht dort auch verbringen ja gino muss eigentlich auch hier und wir kann es die pfeife noch nicht leisten ok es sei denn wir machen den kampf gegen affen mensch noch unten noch also niklas wird ja eh gehielt er hat ja bald level ab gino hat leider vier ip verloren sonst hätte der auch level ab natürlich theoretisch auch die pfeife kauft das ding ist wie viel gibt die uns denn so sind es nur 15 mit der pfeife sind acht mehr das heißt die pfeife würde uns jetzt schon 16 heilung auf uns alle geben da kommen wir und die pfeife ja es zu meinen zwei markt ich noch habe die werte schon überleben habe selber spätsel und spieler ist er ist noch nie was schiefgegangen das geld geben einmal wege soll sonst verzauber ich dich wieso kann ich dir das nicht geben ach so ich klicke auf dich die ganze zeit so alle dieser kälte schaden wird mir umbringen ich konnte sie jetzt so jetzt sind wir feiten und hoffen dass über die neue lederhelm gekauft holmen holz pfeife sehr gut müssen wir hoffen dass ich kann angreifen dann kommt das timber wolf lager dann kommen alle bei den oberen dann kommt nur der zweite affe dazu ja greift den oberen lieber an das ist erst mal sicherer denke ich 11 leben ja aber wir haben jetzt ja gold diese wurz ja aber die sind wahrscheinlich wieder erst dran achte keinen hinterhalt aber mit mit fokus wenn ich einen fokus nehmen ist 64 prozent du kriegst wir kriegen ja fokus zurück wenn wir level up sind kann auch zwei focus setzen zwei gibt es zurück bei level up setzt 22 sogar ich schaff das dann mal trotzdem nur du vor dran aber kriegt ihr level up mit nur einem wenn du ein da ist okay aber er kann er trotzdem zu hauen ich hätte dich vor schocken können ja gut er ist jetzt er ist leon dann aber leon muss morgen stream und früh ins bett morgen früh um ein leben bekommen sich das richtig mit einem gegner ist es halt nix gar nichts gewacht wir brauchen schon drei und kälte schaden du musst jetzt den und angreifen sie kommen alle mit nicht absolut unwirkliches feindland ist kann versuchen kein unterhalt ein 52 auge hinter als 14 prozent chance los geht's wie macht mich bitte niklas 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 jetzt bin ich weg nein 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 das überlebst du und jetzt gruppenheilung soll ich gruppenheilen mach mal nicht mach mal nicht wenn ich geflogen wäre einfach ich bin auch noch so geil dass das zwei schritte rückwärts macht und weg gehen ich versuche es du machst auch eh niklas gleich i try my very best den rechten doch jetzt eh gino oh nein nur ein 3 schaden wird es mich verarschen peinlich spotte spotte so einen habe ich in meinem team mal so geht das sehr gut so war ich jetzt aus nix könnt ihr konfetti jawohl zwei gehirne ohne abgestürzt ist nicht abgestürzt ich überlege nur was ich mache abgestürzt abgestürzt warte mal wenn ich jetzt zuhaue ist der taunt effekte nach oben nee der hätte eh nichts gebracht weil du nochmal dran gewesen wärst darum habe ich den jetzt auf dich gemacht der wäre eh weg gewesen der taunt effekt achso die haben zugehauen und ich dachte so bist du jetzt wenigstens nochmal sinnvoll dran und ich dachte ehrlich gesagt wenn ich glück habe bist du ganz vorgeschoben und vor die nächste runde noch mal soll ich jetzt noch mal tonnen oder was manchmal ich habe ja nun sehr scheinlich ist schon am besten glaube ich wenn du glück hast töte gino halt den rechten ich töte den ersten recht nur den so 8 schaden habe ich bekommen wegen blutung macht 8 schaden 8 schaden seltener hoher schaden das hat nur ganz selten aber dann halt super viel hoch jetzt schön auf mich ich kenne auch noch eine blutung auch ich kenne blutung von nix kommt nix schön op effekte mvp in diesem kampf hoch ist level ab ich auch ich auch ich nicht level ab oh ein hoot oh deckungsabstand ausweichen widerstand ja dann würde ich mehr rein ziehen dann nimm mal wir finden kein loot wirklich so richtig gut wir haben keine quest entdeckungsabstand weiß ich auch nicht also klar der bringt halt allen was aber der zwei widerstand würde ich halt am ehesten niklas geben und ausweichen auch aber ich habe einen negativpunkt und zwar ist der party kannst du den hut nicht mehr nehmen jetzt setzt das ding auf ich kann den hellen aufsetzen und verstecken wie geht das wo kann ich das konfetti so ich kann jetzt ich habe wieso habe ich denn vier ich habe noch vier punkte du kannst natürlich nach da links laufen das unbekannte angucken fragezeugen nehmen wir stein hab kein gehirn hab kein gehirn und noch schöner da rechts voller ep voller hat es bringt nichts bei der verschwendung mir jetzt ja gar nichts aber es hat auch verschwendung mit dem fuß sollten wir nach dem kampf erst nehmen und dann gehen wir in die taverne bringt mir gar nichts hier jetzt sollten wir es nach dem kampf machen ja ich den schreit der schöne tag an nichts gebracht kälteschaden gibt es auch tagsüber what das ist ja frech da sehe ich mich es gibt immer schönen kälteschaden hört nie auf so wohin wollen wir zur taverne direkt oder nee den wolf vielleicht du solltest dich vor den wolf stellen boah ich hab halt nur noch 19 das reicht easy weil jetzt hast du nur noch 18 das Problem ist dass das halt immer verpufft wenn du jetzt ruhst das ist halt super schade aber naja na gut und kälteschaden ja das ist eine ep wieder bekommen das war eine gute sache in der auf der anderen map konfetti halbäck 8 juli du juli juli ich habe juli 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 So, jetzt hauen wir dir jeweils mit einem Schlag weg. Ich nicht. Nee. Stimmt, du ne. Was passiert denn, wenn ich... Ach, das ist cool. Was passiert. Sehr gut. Müllhaufen der Charakter, ey. Es ist halt wirklich einfach ein dummer Netsch mit einem Kumpel, der rumsteht und der einfach nur was bringt, wenn er es heilt. Aber wenn du eine Waffe findest, dann machst du bestimmt... Du warst ja eine Waffe, du musst es denken, ja. Machst du noch einen guten Matic-Damage später. Ich bin so ein nutzloser Pupel. Charakter sind am Anfang immer nutzlos. Konfetti! No, nein. Fuck. Ja, was hast du da vorne? Ist doch gut. Fail. Ah, ja, schön. Ja, aua. Den rechten kannst du weghauen, ja. Ja, guck mal. Aha. Da hast du voll Nutzen. Nummer eins Damage, Gary. Ah, fuck. Na gut, Niklas ist noch dran. Weg mit dir. Böser Wauwau. Schöne Arme auf, komm. Böse. Böser Wauwau. Geo's Level up. Yay. Oh. 25 ausweichen. Ja, das andere ist tatsächlich auch ganz geil mit dem... ...unnoch findbar zu werden. Dann kannst du einfach an Gegnern vorbeigehen. Nice. Nochmal gefunden. Jawohl. Du nimmst das also. Mhm. Und der Tank kriegt keins. Der kriegt nur Rum wieder. Und dann beschweren sich alle, weißt du? Und dann beschweren sich alle, wenn ich den Rum saufe. Oh. Oh. Keinen Fokus verloren. Scheißegal. Ich füll den da unten jetzt eh wieder auf an dem Schrein. Am liebsten mag ich Geldeschaden. So, ich geh mal in die City. Ja. Ja. Was mach ich da? Einfach rasten. Das ist eine Taverne. Kannst du eine Quest holen? Das ist eine Taverne. Das ist eine Taverne. Das ist doch das Ziel. Nee. Ach, komm. Ach, wirklich? Wir sind alle dran. Wir sind alle dabei. Ach, guck mal ehrlich, wir sind. Was? Wir sind wir nicht. Flie einfach, flieh. Flieh, du Narr. Wenn du noch kannst. So dermaßen das Fressbrett vollgehauen, wenn du nicht fließt. Was? Was? Wir haben auch alle Level 1. Wir können die noch nicht weit. Sonst bist du tot, glaub ich. Ganz langsam so. Wir sind mal weg, Jungs. Und dann stell da ein Lager hin. Einfach. Also geh einen raus und benutzt Lager. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, dann musst du da jetzt einfach warten. Kannst du mal los? Geh mal rein. Geldstrahl, ne? Nee, wir kriegen da auch Geldstrahl. Diese Map. So ein wahnsinniges Arschloch. Also ich würde sagen, Gino, du gehst jetzt hier hin und brauchst dann Lager. Ich stehe da auch hier hin. Genau. Aber ich brauch kein Lager, nur du brauchst eins, ne? Ich brauch Lager. Nee, Gino, äh, Niklas braucht ganz dringend eins. Aber kann Niklas weg? Ja, stimmt. Oh, was ist denn jetzt? Natürlich. Es ist Auge, hast du. Hast du, hast du, hast du. Kannst einen Gegenstand kriegen oder Gift. Ah, ist auf jeden Fall. Aber das ist super, wir schaffen, dass das klappt. Nice. Der ist episch. Und schön Gras. Und schönes Einsiedlergras. Kannst du mir das direkt geben? Weil ich bin der Tank und ich hab das noch nicht. Was? Alter, chill mal. Ich wollte dir das gerade sagen, aber wer du dich beschwert hast, konnte man das nicht hören. Gib ihm mal auch einen Einsiedlergras, damit er aufhört zu heulen. Jawohl, ja, ja, ich mach doch jetzt ein Lager hier erstmal. Ja, aber gib doch erstmal das Einsiedlergras. Okay, Moment. Das ist einfach alles zu viel für Gino. Einsiedlergras geben. So, Niklas, hier hast du ein Einsiedlergras. Danke. Ich mach jetzt hier ein Lager, damit du dich ausruhen kannst. Einmal ausruhen oder meditieren? Ausruhen, ne? Du solltest, glaub ich, eher meditieren, oder? Für den Fokus? Ja, ich mach mir zu jedem zwei. So. Nice. Ehe vorbei. Mach dich auch voll, Hauke. Mach dich auch voll. Ja, ich will aber da unten auch an den Schrein. Ach, das kann ich wieder nachmachen. Der bringt dir jetzt... Das Ding ist, wenn ich jetzt nach unten gehe, krieg ich zwölf EP und vollen Fokus. Ach, das ist kein nach dem Kampf machen. Dann benutze ich, gehe ich jetzt in das Lager. Fokus gegen die. Also, wenn wir jetzt wirklich fighten wollen, weil die sind alle Level 1. Das ist doch im Lager-Fokus. Die kann ich jetzt einfach beides im Kampf benutzen, gleich. Ja. Niggi Schmigi kommt jetzt auch raus und legt sich mal kurz ein bisschen aufs Öhrchen. Ausruhen muss ich machen. So, jetzt gehen wir die Volldeppen. Jetzt gehen wir die Volldeppen. Ja. Auf geht's. Da gibt's fratzengeballer. Oh, Jungs. Wir haben eine Frau mitgebracht. Die Stadierat. Es würde übrigens doch Sinn machen, dass wir irgendwie Niklas in die Mitte machen, weil immer wenn die Gruppenattacken machen und ich in der Mitte bin, treffen die natürlich viel einfacher, weil Niklas natürlich mehr ausweichend pariert und so. Entschuldigen Sie, können Sie mich bitte auch schlagen? Aha. Okay, sehr gut. So, wir greifen den Linken an. Den Linken würde ich angreifen. Den Mittleren tötet er erst. Ja, Töter ist meine Mittleren. Okay. Pass auf. Wir können mich nach dem Kampf nicht vergessen, dass wir auch einfach nochmal schlafen können nach dem Kampf, ne? Ich balle es full Fokus rauf, mach 21 Schaden jetzt. Mach nicht voll, mach nicht voll. Das ist mathematisch nicht richtig. Ja, mach ein. Also kannst du so, kannst du sagen, du es findest, aber es ist schon schwierig. Mach ein oder maximal zwei. Problem mit meinem Eile Spell ist, dass es halt random ist, was dann passiert. Ich finde halt super dumm, dass ich aber nicht weiß, was dann halt. Alter, schade. So. Wenn du jetzt vielleicht... Ja. Soll ich ihn finishen oder soll ich taunen? Hm. Oder soll ich AOE machen? Auf dem Mittleren? Ich hätte jetzt AOE auf dem Rechten gemacht, oder? Nee, das ist doch immer... Das Mittlere ist immer besser, weil dann tötet er den und die kriegen beide Schaden, genau. So. Easy. Ja, es geht. Oh, fünf. So. Aua. Ist okay. Ist okay. Hm. Zurückgegeben. Baller ihn um. Baller ihn um. Fokus umballern. Konfetti. Ich mache jetzt einfach... Fokus umballern. Konfetti. Oh nein. Ah. Baller, Niklas. Baller. Ich baller jetzt auch. Danke, Finstab. Jawohl. Das war ballern. Ich darf noch einmal hauen. Das schlägt eh mich. Ich schlage einfach immer. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Wenn das jetzt keinen guten Loot gibt, ne? Ja, das muss jetzt echt guter Loot sein. Schön, zwei geile Waffen. Boah, 6 CP. 6 CP ist natürlich ganz geil. Das Quest-Item, ne? Ne, das kriegt man immer einen Scheiß. Oh ja, nehme ich. Brauchst du, ne? Ja, nehme ich. Ja, nehme Niklas. Ein Widerstand mehr. Kampfgeschwindigkeit. Ja, soll ich den Dino geben, dann haben wir die Chance, dass der häufiger dran ist, wenn er das nimmt. Ja, nehme ich gerne. Gottesbad. 30 LP. Das ist das Quest-Item. Wenn ich das sammle, sind das immer 30. Ich mache die Schweine. So, Dino, nimm du mal den Schrein jetzt. Dann kriegst du deinen Fokus wieder und 12 EP. Du bist eh hinterher von EP. Das Lager steht aber auch noch, ne? Kannst du noch nochmal lagern. Ja, aber jetzt schafft er es ja noch im Lager zurück. Er kann jetzt noch zurücklaufen und ruhen. Ja. Und dann können wir in den Dungeon, rechts. Ja. Ist auch Quest-Dungeon. Genau. Nice. So, ich würde nichts machen. Ich würde jetzt einfach hier die Nacht verbringen, direkt. Oder? Ja, ja, mach. Wieso sind hier so wenig Dungeons und so eigentlich? Ist doch gar nicht. Ist doch eine andere Map, ne? Ist doch eine andere Map. Aber hier hätten wir auf der anderen Seite auch noch nicht gehalten. Das sind gar nicht so wenig. Ne? So, ich nutze das Lager auch nochmal. Ist voll clever. Weil wir haben ja keinen zeitlichen Stress, ne? Soweit wir wissen. Ne, nicht so richtig. Stimmt, es gibt ja kein Chaos. Ja, stimmt. Ähm, ja, kriegt zwar nur zwei Fokus, aber leben voll, okay. So, dann gehen wir ins Dungeon, richtig? Genau. Jetzt geht's in Dungeon. Jetzt ist die Frage, sollten wir ihn noch zu was Unbekanntem laufen lassen, bevor wir ins Dungeon gehen? Nein. Doch. Das ist doch. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, du kannst jetzt da hinlaufen und dann gehst du zum Dungeon. Ja, 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 ja. Was Gutes. Wir haben keine 40. Der will 40 Mark. Haben wir nicht. 40. Was ist das denn? 40. Genau genommen hätten wir das. Stimmt, wir hätten sogar 40. Wir hätten 40. Ich trau diesem Spiel halt keinen Dreck, ne? Das ist noch nie nett zu uns gewesen. Dann gehen wir ihm 40 und dann sagt er, ich liebe Geld und renn weg. Und haut ab. So, jetzt aber ein Dungeon. Jawohl. Level 1 Dungeon? Level, ja. Aber Quest Dungeon ist das. Achso, okay. Ja, da gibt's ja hoffentlich auch geile Waffe. Instant Loot. Konfetti. Bei Fight Center. Ein Schlossrohr, ne? Fehler einer. Achso. Verrät die Identität eines unbekannten Wahrzeichens. Kann auch. Ich mach das mal. Da ist eine echte Truhe. Hä? Danke, Auge. Danke, danke dafür. Ich wollte das mal aufprobieren, was das bringt. Ja. Danke dafür, Mann. Hast ein gut bei mir jetzt. Hast ein gut bei mir. Ja, nehm ich mir mit. Also ich gebe offen zu, wenn ich in den Dungeon komme und kriege direkt eine Truhe, bin ich skeptisch. Ja, stimmt. So viel Tagsdruck habe ich auch gesehen. Oh. Das ist für Niklas. Einhand? Das ist einhand, ja. Näm ich mit. Aber zerbrechlich. Ja, aber es... Die wird schon. Nimm die mal, nimm die mal. Das ist gut. Rostige Klinge. Mehr damit. Zerbrechlich wie mein Herz. So, Freunde, jetzt wird geballert. Oh, freut ihr. Oh, nee, das ist ein Drecks- und Knüppelkobolt. Knüppelkobolt. Oh, Junge. Das ist wieder so ein Alkobolt. Komisch, die hat ja gar keine Crits in dieser Runde. Mit dem muss was falsch sein. Jawohl, schön. Ich möchte jetzt nicht zu kritisch sein, aber ich denke nicht, dass das ein guter Move war. Greif den Crits mit darin an. Was hättest du denn gemacht, Niklas? Ich hätte einen an deiner Stelle von den anderen attackt, weil die haben vier Rüstung. Okay, und dann hätte ich den magischen vier Schaden gemacht. Das ist doch gut, weil wir halt Crits brauchen. Ja, auch weil ich so eine hohe Chance habe, den zu treffen. Also, ich wollte gerade sagen, das ist schon gut. Du hast nur zwei, oder? Du hast auch eine hohe Chance. Ich habe nur zwei. Ich hätte ihn halt unhitten können, aber jetzt haben wir einen Schlag gewährleistet. Soll ich jetzt, also, um erstmal wieder produktiv zu... Okay, die Diskussion möchte ich nie wiederführen, weil mein Charakter so schon nutzlos genug ist. Gib mir nicht noch mehr das Gefühl, nutzlos zu sein. Ich bin echt ein nutzloser Pimmel. Hauke, du bist zwar nutzlos, aber wir können ja trotzdem das Beste rausholen. Nein, Hauke, du bist nicht nutzlos. Wir brauchen nur eine Waffe für dich. Wir brauchen nur eine Waffe für dich. Außerdem heizt du uns wie niemand anderes. So perfekt, Hauke. Naja, also genau, der Musiker auch echt gut. Also, der Chat sagt, das war wahrscheinlich ein neuer Charakter zum Freischalten. Den wir gerade getroffen haben. Hä? Achso, oh, das kann natürlich sein. Dann sollten wir da gleich vielleicht nochmal hingehen. Der könnte aber sein, dass der zur Nacht weg ist. Der Typ, der da saß, meint die für 40 Volt. Wenn der gleich noch da ist, können wir das ja machen. Was mach ich denn jetzt, Jungs? Was mach ich denn jetzt? Könnte natürlich der Straßenmusiker sein, ne? So ein Landstreicher. Stimmt. Ich mach halt 14 Schaden. Das ist nutzlos. Welchen soll ich... Ich nehm den in der Mitte, komm. Soll ich ihn in der Mitte? Ja. Okay. Okay, Konfetti! Schön. Nice. Hauke nimmt an ihn gleich nochmal und wir konzentrieren uns auf den Linken. Ich muss aber halt treffen, das ist ja das Problem. Ich habe drei Hits, ne? Das ist schon schwer für mich, den zu treffen. Ich habe leider vier, insofern. Triff den easy. Verpuff dir alles. Komm, schlag mich einfach. Wissen beide, dass es besser ist. Wow! Nice. So. Kann Niklas den Linken töten, oder? Den Linken töten, ne? Ja, ja, ja. Macht den Linken. Gut. Das geht es. Er darf nur einmal. Dann ist er weg. Komm, einer von uns trifft perfekt. Ich bin auf jeden Fall nicht. Gino, komm. Gino. Okay, ich mache jetzt den Effekt. Aber ich. Ich habe nur zwei. Deine Chance ist schon nicht schlecht. Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Ja. 15 Schaden mit zwei ist schon geil. Was ist jetzt mehr Damage als ich? Nein, ist er zerbrechlich, ne? Ja, aber kriege... Oh! Oh! Oh, geihand! Plus 15 Schaden. Es ist zerbrechlich, aber verringerte Genauigkeit. Durchbohrender Schlag, vernichtender Schlag. Aber geil. Plus 15. Ich probiere es mal. Ja. Oh! Niklas, oder? Ja, habe ich mir alles rein. Habe ich mir alles rein. Jetzt bin ich ein Tank, Jungs. Jetzt bin ich ein Tank. Jetzt geht es uns nur ein Tank, ja. Mit einer Lederweiße. Aber ich habe die Haare schön, hacke. Das stimmt. Und geil, Rucksack hast du. Oh, die nächsten. Hier sieht man nie irgendwas. Oh, Junge. Hey! Was? Wie viel Damage machen die denn? Ja, schon fast hierhin, oder? Ja, ja. War gut. Hier war wichtig. Nicer hier. So. Hier war durch. Das sind mich motivierend. Könntest du nicht theoretisch den linken töten jetzt One-Hit? Ja, aber nur, wenn ich Fokus einsetze. Macht doch Sinn, oder? Dude. Boom. Nice. Loser. Loser. So, ich töte jetzt die Fledermaus, Jungs. Ja, okay. Jawoll. Du hättest sogar den Rechten gekämpft. Ja. Nein, macht auch. Verpuffen. Idiot. Genauso nutzlos wie Hauke. So ein Loser. Voll der Loser, ey. Hier, komm mal. Hey. Geil. Hat gar nichts gemacht. Ach, shit. Schaffst du elf? Ähm. Ja, schaffst du easy. Gehst du es eben jetzt? Das ist super gut. Nee, schau mir nicht. Oh, come on, ey. Genauso nutzlos wie Hauke. Yes, ich liebe Damage. So. Du. Gehst nach Hause. Yeah. Du bist nichts eingefallen, sorry. Sorry. Teleport, sehr gut. Du. Gehst nach Hause. Yeah. Ich hab's Ruhe. Blut. Oh Gott, Werdi. Guck mal, jetzt haben wir die 40 Gold für den Typen. Ja, jetzt haben wir die 40 Gold für den. Hoffentlich ist er noch da. Oh. Uh. Glück, Talent. Du bist im Widerstand bei Talent bei Glück. Er braucht ein Talent. Willst du das, Hauke? Ich hab schon Talent. Kann ich nehmen. Ich bin ein bisschen besser als du. Also könnte ich schon nehmen, ja. Ich würde den nehmen und euch den alten geben. Okay, das mag ich am liebsten. Deinen Scheiß auftragen. Ja, ich hab auch noch keine Rüstung. Also ich glaube, es ist egal, welche. Ja, nimm den. Es ist egal, du hast am meisten Talent. Nice. Das ist ja. Ergibt mir, weil du euch wieder am meisten. Ich weiter. Und das Quest-Titum? Oder war die denn da? Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn man nur so Kräuter und sowas kriegt, weil man ja... Moment, noch nicht Moven. Noch nicht Moven, bitte. Noch nicht Moven. So, ich hab auch... Haukel, du hast dir die Rüstung gegeben. Haukel, du hast die Rüstung. Mir? Nicht Nijino. Du kannst die weitergeben, wenn die nicht tragen willst. Du hast die jetzt. So, Ende eines Wettkampfs ist hier direkt. Schauen wir uns das mal an. Schau dir doch. Warte mal, gib mir mal 10 Gold, bevor du das machst. Dann kann ich mich gleich schon mal auf den Weg in Richtung Freund in der Not machen. Bevor die Nacht... Die Nacht kommt jetzt eh, ist glaub ich eh egal. Hier steht es sogar. Du solltest dir das ansehen. So, ich schau mal jetzt das hier an, ja? Der ist doch jetzt bestimmt weg in der Nacht. Nein, du schaffst es. Tut mir leid, Leute. Wir haben wegen einem durstigen... Wegen einem... Wegen einem durstigen Kunden von letzter Nacht keine Drinks mehr. Ja, und da links der Säufer. Das Buch von eurem Freund? Ja, das hab ich, aber es ist kein Kassenbuch. Okay. Fest abgeschlossen. Ende eines Wettkampfs müssen wir jetzt finden. Oh Mann, ich hoffe, sie hat nichts davon gelesen. Nichts davon gelesen. Okay. Bede Brand ist ein komischer Vogel, ne? Gut, dann gerade geht es noch den Affen hier an. Gut. Ey, der hat zwei Erfahrungen nur, ne? Aber nimm er mit. Ja. Ja. Free EP is still EP. Ja. Wie kann er eigentlich so... Wie kann so ein Low-Level-Affe eigentlich immer zuerst angrafen? Der, der vorhin führt, der das Ding, was bei dir zweihändig ist, als Einhand. Ja. Der hat viele Geschwindigkeit immer. Ja, aber... Ja, ja. Kann sein, ey. Ein EP sogar noch. Fünf Mark. Oh! Gold-Multi-Pikator. Gold-Multi-Pikator. Ich habe mich da so schlecht. Schlecht? Ja, dann nehme ich die nicht. Ja, ich treffe halt nie, wenn ich da... Ja, das ist Zweihand. Du hast kein Schild mehr, nix, ne? Hm. Unterstützungsreich. Ich bin da einfach... Durchbohren, ne? Aber... Du hast die jetzt, oder was? Ich habe die jetzt erstmal eingestellt, aber du... Das ist halt was für ein Lauti, ein Musikroch. Guck mal, hier mal das nächste Lockbecken. Hat man nicht schon eins? Oder war das davor? Nee, das war die andere Map. Müssen wir nicht jetzt... Finde das Reich der Welcher wird jetzt zerstört, einen Wagen. Den haben wir noch nicht, ne? Der ist wahrscheinlich dann da unten links. Habst du nicht noch was aufdecken gleich? Kann ich, ja. Wenn ich dran bin, kann ich noch eine Rolle benutzen. Aber es gibt eh nur noch einen Teil, der mehr bis eh klar, wo es ist. Wir wollen ja zum Freund der Not in die Richtung. Das heißt, ich komme wieder zurück eher, oder? Oder sollte ich den... Störter Wagen müssen wir finden. Oder soll ich das Lockbecken einsammeln? Du kannst es theoretisch mal benutzen. Mal gucken, was noch passiert. Ja, es bringt uns mit anderen Lockbecken halt, wenn wir noch eins finden. Ja, aber muss man die nicht erst beide finden? Ja. Aber wenn wir es jetzt hier liegen lassen, dann können wir es nicht benutzen, wenn wir das nächste Mal wieder hinwollen. Ich kann mich auch gleich einfach zu dem Typen teleportieren. Ich habe eine Teleportationsschriftrolle. Aber wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann wäre ich sehr weit von euch weg, ne? Na komm. Nehme mal mit. Ja, das hatte ich befürchtet. Das geht nicht. Das wir das weiter entdeckt haben. Ah, du hast es jetzt aber auch... Ne, es war schon aufgedeckt. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Oh, der ist immer noch da. Ich muss das aktivieren, quasi. Wo waren wir denn jetzt hier? Wir müssen eh nach links, ne? Ja. Gehen wir schön nach links jetzt. Hast du theoretisch nochmal das Lager benutzen, Gino? Ach ja, stimmt. Aber... Gratis. Fokus. Da hast du einen Punkt nur und kriegst keinen Kälteschaden und kriegst den Fokus wieder. Ja. Macht er einen Punkt. Macht er einen Punkt. Hat er einen Punkt. Hat er einen Punkt, sagt man, ne? War schon frei dadurch, dass es aufgedeckt war. Okay, ich habe meinen Zug anscheinend komplett gewastet. Und mich weiter in die falsche Richtung gebracht. Du bräuchst die Rolle, theoretisch. Eigentlich bräuchte ich die Rolle, ja. Egal. So, gehen wir mal 40. Okay, was bringt das? Neuer Charakter. Haben wir noch einen Charakter? Ne, aber wahrscheinlich freigeschaltet jetzt, ja. Wahrscheinlich freigeschaltet. Warum ich mal das wahrscheinlich... Nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ist. Das hat sich 40 fucking Gold gekostet. Ich brauche jetzt ne 5. Das ist komplett. Dann nie wieder höre ich dann auf die Tipps. Toll, ey, ich bin voll weg. Aber wir haben hier keinen Zeitdruck auf der Map. Gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das finde ich auch ganz nett. Wir könnten uns natürlich hier bei dem Schwobbel treffen, ne? Ja, lass mal den Schwobbel treffen. Da laufen einfach alle zum Schwobbelmann und dann... Oh, perfekt! Ne, schade, doch nicht. Was hast du aber? 70, du hast das relativ gut. Du könntest das machen. Du kannst auch sterben, aber. Ich kann auch Fokus nutzen. Setz einen Fokus, damit du nicht sterben kannst. Aber da steht überall Fragezeigen. Vielleicht ist es auch 4 Fragezeigen. Ja, das ist 100% tot. Null. Wenn das 1% hat, das ist tot. Null Prozent auf jeden Fall irgendwas. Ja, ja, genau. Das ist der Tod garantiert, dass es 0% war. Ich würde jetzt suchen. Oh. Ne. So. Was? Nein. Ah, du hast was bekommen. Stiefel. Kannst du anziehen, ne? Rüstet ihr mir aus. Baller rein. Soll nach dem Spiel den Wissensladen abchecken und da ist dann wahrscheinlich das neue Item. Ja, genau, genau. Oh, treib uns beim Gelee. Der Gelee bringt ja auch nichts, ne? Der vergiftet uns und bringt keine EP. Jetzt sei nicht so negativ. Aber ist so, der bringt uns zwei EP und vergiftet uns alle. Der vergiftet uns nicht. Knochengaunerlager und ein Nachtmarkt. Der ist gerade offen, weil jetzt Nacht ist, die nächsten paar Runden. Aber wir haben keinen. Ja doch, wir haben 50 Gold. Naja, wir haben noch Geld. 40 haben wir jetzt für den Dödel ausgegeben, aber... Oh, Roll. Oh, ich habe keinen Fokus. Aber ich stehe zumindest in der Range. Aua. Jetzt aber der Gelee. Ne, du bist nicht in der Range. Mensch, du bist eine, eine zu weit weg. Really? Ich stehe doch zwei daneben. Du bist ein zu weit weg. Gelee ist nur ein. Ja, dann... Weiß ich auch nicht. Ja, die neid wieder auch nicht. Wir können die neid ohne mich machen, theoretisch. Oder du gehst dran vorbei, aber dann... Ja, eine Gelee bringt uns eh nichts. Wollen wir ein Gelee skippen? Ja. Dann würde ich an deiner Stelle aber in der Stadt warten, damit du den Schaden nicht kriegst. Ja, stell dich in die Stadt. Ist auch noch eine Quest? Ne. Hier gibt es keine Quest. Ne, gibt es immer nur, wenn man neu in die Stadt kommt. Ich warte hier. Dann soll ich dieses Aufdrecken jetzt mal benutzen unten links? Einfach damit wir wissen, wo wir... Yes, 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 yes. Wir haben auch schlechtes... Schlechte Würfel irgendwie. Aber ist okay. Ich würfel es hoch. Ich kann da nicht so richtig innen aufdecken. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist nur Wasser. Und links? Ne. Da ist aber der Wagen. Mit dem Traum. Und da ist der Wagen, sehr gut. Da ist er. Und... Einigtumgeschadensplus und Hinterhalts-Immun. Oder was hier? Ach so, das bin ich. Was gibt es denn hier so? Oh, äh, Gino? Ja. Was cool ist es da so Alteams gibt hier? Ähm, mhm. Lassige Klinge, Schlagstock... Oh, altes Kurzschwert. Das ist nur Einhand, aber das ist ziemlich gut. Stechenschlitzen, Präzisionsstich, Durchdringrüstung, zwei Schaden, zwölf körperlicher Schaden, Einhand. Das ist für Niklas. Das ist besser als für das Dolch, ja. Kann er sich aber so leisten. Ich würde mir theoretisch gerne diesen Schlagstock holen, aber da habe ich... Also es ist zwar auf Talent, es ist ein bisschen schlechter als Int, auf Dings, aber dafür kann ich damit betäuben. Und ich kriege plus eins Rüstung und... Plus Rüstung und Geschwindigkeit, ist gut, ja. Ja, auf Kosten nur zehn, also auf jeden Fall holst du den. Kannst du mir zehn geben, bitte? Ja, ja, ja. Ich gucke noch kurz noch. Knüppel ist vielleicht auch was für... Niklas. Hauke, solltest du dir nicht lieber die Stiefel kaufen? Guck mal, wie gut die sind. Ja, das Gesundheitswiederherstellung ist halt ganz geil, ne? Weil du quasi... Die sind halt... Die negieren halt quasi komplett dieses schlechte Wetter hier, ne? Ja. Stimmt. Aber du brauchst auch den Schlagstock, damit du ein bisschen Damage machst. Wir können tatsächlich auch... Du kannst dir auch noch die Stiefel kaufen, ne? Ich habe schon Stiefel. Ich habe schon Stiefel. Ach so. Ich könnte dir natürlich auch kaufen. Also Gino hat auch nur Geld, er kann mir auch das Geld geben, kann ich mir auch noch die Stiefel kaufen. Ja, mach das. Weil ich verkaufe noch meinen Staf dann, den ich davor hatte. Ja. Ich habe auch noch die Laute, die kann ich auch... Aber wir haben jetzt den Nachtmarkt halt dann nicht mehr, ne? Äh, wieso nicht? Ja, weil wir keine Kohle haben, dann. Ach so. Ja, ich habe noch 21. Vielleicht bringt das ja was. Wollen wir das Knochen-Gauner-Lager mitnehmen eigentlich? Ja, ja, ja. Ich versuche da jetzt gleich hinzukommen. Ich hoffe, ich wirfe eine 4. Ja, das ist ja Level 1, also... Ja, ne? Ja, ich muss jetzt eine 4 wirfeln. Eine 4. Komm, eine 4 einmal jetzt. Ach, Kekwee. Bäbäau. Aber Gino kann attacken. Ja, genau. Greif einfach oben den Knochen-Gauner-Lager-Typen an. Ready? Yes. Wir sind alle im Kampf. Jo. Dritt. Alter. Alles dran. Fail. Und Schaden wahrscheinlich. Fail. Oh, Junge. Oh, yeah. Schwächen. Fail. Oh, fuck. Alle gefroren. Gefroren. 25% mehr erlittener Schaden. Das ist Heavy Metal. Kann einen betäuben, theoretisch. Maximus, ich mag an das 11 Schaden. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich lieber versuchen, einen zu betäuben. Machst du jetzt aber auch körperlichen Schaden? Ja. Okay, aber langfristig brauchst du die Magiewaffe. Du brauchst eine richtig gute Magiewaffe. Ja, ja. Meine Waffe war so schlecht. Ja. Schade. Okay, dann macht es keinen Schaden. Ja, ist schade. Okay, wissen wir aber auch. Die ist nicht so geil, dann die Waffe. Die ist okay. Für 10 war sie jetzt gut, aber... Oh, Junge. Man, die sind gleich wieder dreimal dran. Ich hätte den eh nicht betäuben können. Die sind immun gegen betäuben. So, was soll ich denn? Ich könnte die jetzt spotten. Komm. Du brauchst so einen Zauberstab, Niklas. Hauke, du brauchst so einen Zauberstab wie die haben. Ja, das wäre schon ganz nett, ne? So mit ein bisschen zaubern. So, ja, mit so Fähigkeiten, Sachen, die wir uns bringen. Hä, das ist voll dumm, was sie gerade machen. Voll... Alter, was ist es für 12? Geil. Gut. Immerhin. So, ich könnte den mittleren Save vernichten. Mach ich, glaube ich auch. Ja, klappt den mittleren Weg. So. So, Jungs. Diesmal aber... Ach, komm. Das ist der Huhn. Niklas, mach mal Damage jetzt. Ja, ich hab versucht, das zu verhindern. Ja. Ich muss halt jetzt heilen. Jetzt musst du heilen, ja. Ja. Zweimal der Tornik-Rubi funktioniert. Ist halt frech. So, jetzt töten wir einen. Jetzt töten wir den hier. Äh, oder? Ich weiß, dass die Magie-Schilder haben. Ist mir absolut klar. Also, nur ich mache keinen magischen Schaden. Alter! Das sind ja gewonnen. Das war geil, ja. Das war richtig geil. Yes. Fail. Ey, wenn ich so treffen würde, ne, hätte ich keine Sorgen auf der Welt. Das ist echt so. Geil. So, nachdem wir nochmal reinschauen. Dafür aber geiler Loot, oder? Gift-Immunität. Alter. Ist doch nicht egal. Ist egal, wer das trägt. Du hast schon einen, oder, Gino? Hast du nicht schon einen Talisman? Ach so, hab ich schon einen? Kannst du erst mal... Ja. Weiß ich nicht. Nimm einfach mal, dann gucken wir... Kannst du ihn ausrüsten, wenn du über Ausrüsten fahren kannst? Und da steht einer, den du angelegt hast, sagst du schon einen? Nee, da steht keiner. Also, ich habe, glaube ich, keinen. Plus drei Talent. Ja, ich bin ja talentiert. Ich kann hier eigentlich tragen. Ich habe noch keine, so lange trage ich die mal. Ja. Oh. Oh, Hauke, Hauke, ja. Hau dir rein. Geistertoffi. So, der Nachtmarkt. Wer ist gerade dran? Hauke. Ich kann direkt rein. Nee, Gino ist dran. Der kann jetzt direkt reingehen. So. Ja, aber ich hätte... Warte, 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 ich gebe dir mein Geld. Ja, warte, ich schaue mir die Waren an. Ich kann das noch, während er da drin ist schon. So. Brauchst du Geld? Wie im Lettiskraut. Für sieben, Alter. Sieben ist schon geil. Ich gebe Geld. Ich kriege es aber... Vollständig reduziert, Max-LP um fünf. Perma, oder? Alter. 10% Gold-Multiplikator für 25 Gold. Dauerhaft plus eins auf körperlichen Schaden. Der Hut für elf plus eins Gruppenwiderstand, Fluch-Immun, Verwirrungs-Immun. Der Fluch ist sick. Der Hut, meine ich ja. Oh ja, der Hut ist geil. Okay, aber das Amulett toppt halt alles für 68. Plus vier Angriffschaden, zehn Crit und fünf Max Gesundheit. Da gibt es noch eine Silbermedaille, die ist auch echt nicht schlecht. Ist aber auch 68. Ja, der Hut ist schon am geilsten. Für elf würde ich den Lippenwiderstand. Oh, für Arzt-Schwert. Sag mal, Moment, 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 Moment. Irgendwem auf dem Kopf klanzen, der noch keinen Hut hat. Jungs, 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 Jungs. Das vierblättrige Kleeblatt stackt der Gold-Multiplikator. Bestimmt. Ja. Dann sollten wir das doch eher holen, oder? 20% haben wir dann, ne? Und dann hat Hauke noch Glück. Ja. Das hat aber nur die Person, die das looted, ne? Nur, dass es klar ist. Die das anhat. Genau. Ja. Dann kriegst du das. Und das Gold dann lootet. Also, nur das Gold, was in die Tasche der Person, die das anhat, geht, wird multipliziert. Ja, ist doch trotzdem geil. Genau, deswegen kriegst du ja immer das Gold, ne? Klar, können wir machen. Ich wollte es nur sagen. Aber der Hut ist trotzdem auch geil. Können wir beides holen? Ah, ne. Für beides reicht's nicht. Wir können Hut und Kleeblatt holen. Ich könnte halt gleich noch rüberlaufen. Ne, Nacht ist gleich vorbei. Das ist... Ne, doch nicht. Ich könnte da jetzt noch hinlaufen und den Hut gleich kaufen. Dann hol du ins Kleeblatt. Genau. Genau, 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 genau. Habe ich nicht schon einen Hut? Sehen wir ja gleich. Okay. Und wir müssen dann ja wieder raus, ne? Ich hab auch keinen Hut. Das war letzte Runde. Ne, ich bleib da, damit ich keinen Schaden bekomme. Das ist eh Schaden. Bestimmt auch da drin, siehst du. Ah, shit. Sigi, Schaden gibt's immer. Wetter ist kacke. Jetzt sind drei. Ach, komm. Solide 2, kein Problem. Machen Fokus. Es gibt schon einen Hut. Ach so, muss ich dann ja nicht kriegen. Das ist ausgenächtiger Loser. Warte, kurz. Ist irgendwas, was ich verkaufen kann? Ne. Okay, ähm, gut. So, jetzt müssen wir in Richtung zerstörter Wagen, links unten. Mhm. Und da mal ein paar Gegner mitnehmen, ey, damit wir mal leveln. Ja, theoretisch noch ein bisschen leveln. Ja, Level 2 sollten wir schon sein, jetzt langsam. Also wir können theoretisch den noch mitnehmen, den Koboldkrieger und dann links einen Umweg machen und uns dann die Fledermaus holen, die Ratte da holen und so. Also den Beutelschneider, Verzeihung. Verzeihung? Überraschung. Schnitttot. Könnte alles sein. Gehirn. Du mach das nicht, du hast 44 Gehirn. Ja. Verlass einfach. Einfach raus. Warum überlegst du überhaupt? Ja, ich hab überlegst. Das macht mich so sauer, ey. Du hast 44 Gehirn, da denkt er noch nach. Da muss man mit dem Hut an Verschwörungstheorien glauben. So, da hast du so eine Hallubeute. Geil, dass du nicht in der Stadt gewartet hast, auch. Ja, stimmt. Nice. Also, okay. Das ist ein Raid. Dalu hat es noch geradet. Aber bist du gelevelt, ne? Aber bist du gelevelt? Ja. Nee. Es geht. Das ist, glaube ich, der Sound bei Bonge war, wenn die gehostet oder geradet werden. Nee, nee, nee. Ja, wir wollen gerade, wir wollen gerade geradet von Dalu noch. Tatsächlich? Ja. Siehste? Willkommen, willkommen, Leute. Willkommen, willkommen. Es geht hier nicht mehr lange. Ein Krieger. Ich muss als Strafe die Nachttechnik diese Woche machen, weil ich die Löhre auch verloren habe. Das sind das, wenn wir nicht zuerst dran sind. Aber es geht nicht mehr so lange. Das macht die Kämpfe so viel unangenehmer. Ich hab halt wirklich einen geilen Dalu-Hut auf jetzt. Jawoll. So nämlich. Alter. Das hätte sich noch nicht erledigt. Ach, das Kleeblatt. Wer hat das gekauft? Das soll ja anziehen. Ja. Das hast du jetzt an noch? Dann musst du jetzt das Geld looten. Nee, ich hab's nicht an. Ich hab's nur gekauft. Sehr gut. Das haben wir nämlich schon sechsmal gefunden. Ja, ja. Aber gefühlt haben wir es noch nie behalten dürfen. Kannst du mir das Kleeblatt geben? Wo ist denn das? Kleeblatt da? Ich hoffe, in deinem Inventar. Geben. So. Links und rechts. Ah, jange jetzt so. Fledermaus. Nix. Ja. Plus ein LP, minus ein LP. Wir brauchen mal ein bisschen. Wir brauchen mal ein Dungeon oder sowas jetzt, ey. Ich bin jetzt direkt zum Wagen. Erstmal einen zerstörten Wagen hier. Das ist bestimmt geil. Da gibt es schon richtig was ab. Oh, Starcar. Und oben sind keine Kleeblatt jetzt, Niklas. GG. Was, GG? Dass du nicht oben jetzt bist, glaube ich. Oder? Warte mal. Ja, da kann er jetzt noch mitkennen. Doch, 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 doch. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ja, aber ein Hauke ist nicht drin. Ich würde jetzt hier warten und dann... Genau, du musst da warten, damit ich noch mit... Sehr gut. Ein Hauke wirf jetzt eine 5 und kommt von unten. Ja, ja. Du kommst von unten und ich greife oben an. Ja, okay. Okay, 4 reicht nicht von unten. Du kannst aber zu Niklas. Du kannst aber zu Niklas. Ja, aber dann kann ich nicht angreifen. Hä? Doch. Ach, dann kann Niklas angreifen. Ja, das geht. Ja, aber wenn du jetzt angreifst, dann kann ich im nächsten Zug direkt zum Wagen. Ja, oben stehen ist es auch besser. So dritt sind die. Okay. Da ist aber auch ein Beutelschneider dabei, ne? Ja, den hauen wir richtig an der Reihe. Ähm, ich verwerf's nur mal... Ne, mein nicht. 34% hinter dem Schwarz. Scheiß drauf. Achso, das ist dieser... Kuso. Hallo. Junge, aber der klaut unser Geld. Der hat mir einen rumgeklaut. Oh nein. Der sag ich doch. Alter, das geht zu weit. Der Schwanz ist sauer. Das geht zu weit. Mach ihn weg. Wer ist denn dran? Ah, na, hauke, okay. Das Ding ist... Da, der hat zu viel. Ich greif ihn an. Damit Gino ihn töten kann. Ja. Ey, fuck! Der ist falsch angegriffen. Och, man, nicht mal getötet hab ich den. Ey, wenn der jetzt mit meinem Rum wegkommt, na? Dann bist du schuld. Warte, wer hat meinen Rum? Wer hat den Rum? Links den, der. Der Beutelschneider. Die Ratte. Die Krähe? Der den Gino nicht angegriffen hat. Die Ratte, ja? Die Ratte. Der ist halt weg, wenn du nicht tötest. Oh nein. Alter! Gute Entscheidung. Tatsächlich. Die Ratte ist weg. Wir sind jetzt tatsächlich, das ist immer. Das ist, glaube ich, safe. Einfach. Das hat noch nie nicht geklappt bei denen. Wenn die das klauen können, klauen die das. Warte mal. Wenn ich den genommen mache, ne? Wenn das klappt, ist der so lange nicht dran. Dino? Krieg deinen Rum? Hab ich einen Rum? Ja, ich hab auch einen Rum. Immun? Ja, ich bin so dumm. Steht dran. Immun gegen Betäuben. Ja, ich hab, deswegen hab ich gerufen, ich bin so dumm. Weil ich dumm war. Ey, du musst mir gar nichts erzählen. Du hast nicht mal deinen Rum. Was machen wir denn jetzt? Ja, den kleinen angreifen natürlich. Der hat ein HP. Ja, dann ist er weg. Aber du kannst... Der macht jetzt, du negierst doch mehr Schaden, als wenn du jetzt den rechten angreifst. Du verlierst was, wenn du den rechten angreifst. Ahhhh. Witzel Schaden! 11 schaden ist aber gar nicht so verkehrt eigentlich nur kein magischer schaden aber darum ist weg nicht mehr genau nehmen du nichlas sollte ich das aber nicht damit kann ich mich heilen ich würde das eh noch nicht benutzen ich würde das dann im kampf benutzen wenn du gerade das ist halt ja auch heilen und fokus wieder also ich würde das nicht jetzt benutzen warum sollte ich das nicht benutzen du kriegst nur vier weil du keine pfeife hast du kriegst jetzt vier auch nur nur ich krieg acht safe du hast es doch jetzt gerade das steht jetzt nur vier glaube ich kannst ja nimm es doch erstmal wir können es ja dann hin und her tauschen ich würde es nicht jetzt benutzen das ist doch verschwendung du kannst doch in einem kampf wie ein heiltrank benutzen der dir auch fokus wiedergibt so was steht da jetzt bei dir da steht dass du vier kriegst ne wahrscheinlich oder sieben oder so 7 es ist ein level ab gib mir wieder ich bin ich in der nähe gib mir wieder aber ich will den rom von dino wieso es gibt kein alkoholiker deswegen finde ich damit ab alkoholiker 1-1 so ich geh jetzt zum karren ich hoffe da sind keine gegner genau hey das ist mein wagen von letzter nacht ich schwöre der baum ist aus dem nix aufgetaucht okay das war's ähm nun gut danke dass du dich um all das gekümmert hast ich kümmere mich sofort um die gehälter der hafenarbeiter ich kann darauf vertrauen dass das unter uns bleibt hier ist eine kleinigkeit für dich ach das ist eine insel map das ist eine insel map level aufstieg das kaut zurück niklas ich würde dir empfehlen dir zeit dabei zu lassen bei der frostbäulenspitze anzukommen ist ein gefährlicher ort also warum höre ich mich doppelt halt das maul hildebrand jetzt so nice und wenn du in der gegend bist möchtest du vielleicht hier einen halt einlegen warte wie weit das ist ist richtig weit wir fahren einfach über das meer ne aber er meinte zeit heißt dass wir level sollen vorher oder was wahrscheinlich ja und ein paar englisch abklappern vielleicht hier dann kannst du theoretisch ein schiff kaufen ja aber lass jetzt feierabend machen 3 uhr oder ist doch ein cooler ausstieg na gut wo ist denn der hafenarbeiter du wolltest auch nicht so lange machen oder was meinst du ja ich müsste jetzt auch pennen denke ich ja ich bin auch fertig heute ja dann speichern wir Niklas ich kann auch noch den Giftnager angreifen haben wir noch einen Kampf na gut dann speicher jetzt nee nicht das speichern sonst sterben wir wieder kurz vorher so warte speichern ist nur bei uns ist halt ein Giftnager an und der macht halt One Hit speichern ist nur während der Bewegungsphase oder zwischen dann räumen möglich ja aber ist doch oder nicht ne du bist nicht dran das ist nicht deine Bewegungsphase ah ok ja dann machen wir achso ok dann äh ja Geldschaden nochmal mitgenommen geil hä okay einer hinterhalt komm ich wollte aber ich dachte dann wird Niklas sauer oh wir greifen zuerst an geil warum gar keinen hinterhalt warum greifen wir jetzt die macht jetzt Aluhuts schade so endlich sind das mal vernünftige Kämpfe hier nice Level Aufstieg nochmal das ist doch ein schöner Abschluss GG easy Niklas hat das einfach benutzt den Ginseng nee 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 hab ich nicht hab ich den benutzt doch doch das hab ich genau gesehen so ein Ginseng stand da ich hab den benutzt ja 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 ok fertig und du benutzt jetzt einfach den Schrein haha ihr schmacken was hört aufkommen mit jetzt hä warum mindest du jetzt nicht schreien das war 5 Ausweichen ja ich will auch keinen Schaden kriegen du hast Rüstung wie bescheuert ich bin scheiß Tank ich kann taunen haha oh man so kann ich jetzt speichern die letzten 5 Minuten wird eh nicht gespeichert 100 pro oh man ey so das Spiel wurde automatisch gespeichert ja jetzt gespeichert also da stand das Spiel wurde nicht gespeichert aber gut ich vertraue dir mal hä bei mir stand es wurde gespeichert diesmal safe der hat das Spiel verlassen wurde gespeichert ja so den neuen Chana ich will gucken was wir bekommen haben ja hier Landstreicher den Landstreicher ignoriert und von der Welt vergessen war Unglück bislang die einzige Konstante im Leben des Landstreichers ey das bin ich das ist meine Klasse das bin ich doch eine Brutige Tat hat sein Feuer entfacht und nun würde er all jeden trotz was denn die rekrutierten was kann der denn was kann der ich kaufe den mal ich kaufe den mal ich kaufe den mal was kann der denn ich weiß nicht Landstreichen Landstreichen wie ich klauen ich werde ihn auf jeden Fall spielen in der nächsten Runde das bin sowas von ich das bin ich der hat sogar einen Bart wie ich und dann hast du immer einen Grund zu behaupten dass das dir was bringt ich hab gesagt das ist bestimmt ein Allrounder und dann hast du immer irgendeinen Grund zu behaupten dass das für dich ist das Zeug ey ich spiel den scheiß Tank die ganze Zeit und krieg jetzt noch eine reingedrückt weißt du genau ich hab halt nur Spaß ich spiel halt die Föllo-Fattenklasse dagegen also du arme Schweine während ich den Berg der Freude besteige ich spiel quasi einen wandelnden Müllhaufen das einzig sinnvolle an mir ist mein Inventar das ist halt wirklich ich bin einfach ein Packesel also ich bin ein Mount genau so wollen wir wieder eine andere Map diesmal mit anderen Charakteren hä wir spielen erstmal den Run weiter wir spielen den Run erstmal weiter war gut Alter ich hab was gefunden geil nice aber ich finde das voll gut das ist ein gutes RPG muss ich sagen ich meine das ist sehr viel ist der RNG-Shit aber macht nämlich schon Laune ist ein schönes Boomer-RPG muss ich sagen ein schönes Boomer-RPG Jungs morgens zock ich Rust ihr seid herzlich eingeladen okidoki cool was echt? ich kann sein zu welcher Zeit morgens oder was? morgen wieder 0 Uhr ey morgen Mittagnacht fuck you ey ich kann das nicht nochmal Zeit ist das allerletzte Niklas tut mir echt leid aber das ist einfach ich kann das nicht ich kann da nix für es ist Leon schuld es ist Leon schuld aber nur diese Woche ne eigentlich oder? ja nur diese Woche nur diese Woche ne nächste Woche gerne ich möchte nämlich auch aufgehen ich leg mich nochmal hin ja ich penne jetzt ey solche scheiß Boomer es ist so krass früher hätten wir jetzt noch eine ganze Nacht durchgezogen da habe ich gesagt komm let's go jetzt ja komm lass einfach noch schlafen oh man es ist drei Uhr morgens echt so Alter mein Gebiss ist total trocken früher DFINITY 1000 Zuschauer komm schon komm schon das muss alles sein und heute ich weiß ja nicht ich hatte gestern super viel Rosenkohl ist ja geil wenn wir einen richtig schönen Boomer Stream machen könnten in dem wir auch nur alte Spiele spielen und immer wenn jemand was sagt im Chat verstehen wir auch nichts wir müssen nochmal dreimal lesen was ist denn ein Supp und warum soll ich den vorlesen wo muss ich hier klicken früher haben wir doch ohne Chat gestreamt sehen die mich wo kann ich die denn sehen ok hat Spaß gemacht dann sehen wir uns wieder am Sonntag oder was ja diesen Sonntag das du mich nicht weil ich habe ja ich habe ja Leons Schicht quasi und sehen wir uns erst die Woche darauf wieder das ist das aller dümmste was du jemals gemacht hast ey es ist wirklich es ist wirklich das dümmste was ich jemals gemacht habe und das Ding ist ich mache immer wieder sowas weißt du ich denke mir oh das ist ja witzig wenn ich das jetzt sage und das mache und ich mache es dann und merke ey es ist so dumm und es bringt halt niemanden was niemanden weißt du wenn Leon jetzt von hier sitzen würde Leons Leben bringt doch der sitzt doch jetzt garantiert zu Hause so hellwach auf dem Bett ja es ist einfach nur dämlich guck mal Leon der würde jetzt noch vier Stunden weiter streamen und ich würde morgen würde ich sechs Stunden vorher anfangen und jetzt verlieren alle so weißt du alle verlieren das ist einfach das dümmste Leon verliert ich verliere die Zuschauer verlieren warum machen wir sowas? es ist halt nicht mal für den Gag gut der Gag war kurz lustig mein Statistik ist im Arsch ich hatte gerade irgendwie Durchschnitts von 1300 Zuschauern wenn ich jetzt nachgucke G-Klass das ist das ganze Reife rauchen ja naja ist halt so es ist wie es ist naja ist halt Boomer was soll man machen 300 Zuschauer runter im Average ja was soll ich sagen ich muss es jetzt durchziehen weil was ich mir überhaupt was noch schlimmer ist sind dann drei Leute im Chat die ganze Zeit sagen ja Niklas wieder was versprochen und nicht durchgezogen ne ist halt ein richtiger Loser gut als das dir wenigstens klar ist das sind halt nur drei drei von 3000 so alle anderen sagen ja kann man schon nachvollziehen das macht halt wirklich keinen Sinn aber die drei sind immer da die drei sind immer da die drei sind immer da die Klassik jetzt mal bis der macht was ich will immerhin ziehst du durch Niklas das ist gut ja ich spiel mal morgen Raphs hier steht Niklas ist Freitag zwischen 18 und 24 Uhr da sofern ich weiß ja das ist genau unser Zeitfenster hä ist es überhaupt nicht da schläfst du da stehe ich auf was du stehst du bist doch jetzt aufgestanden in 0 Uhr nein Quatsch Niklas okay Quatsch mitternacht ist ein da bist du am schlafen genau da ja ja genau dein Schlaffenster dann können wir leider nie mehr weiter zocken leider nicht nächste Woche dead by daylight es sei denn es sei denn stehst nochmal die Woche früher auf nee kannst vergessen ich würde mich nochmal mit der Zeit wird das versaut mir einen kompletten Tag bin jetzt heute den ganzen Tag zu nichts zu gebrauchen dass ich merke halt wirklich wie lahm mein Hirn ist es für mich ist einfach ein kompletter Arbeitstag mein Hirn ist durch mein Hirn ist im Arsch nee also das muss heute alles in den Rhythmus wie ich den kenne ich hatte auch wirklich viel zu wenig robust Ballaststoffe heute morgen erstmal ne dicke Backflaube für den guten Stuhl jetzt ne Runde FTL ich bin jetzt wach eigentlich hab ich Bock aber eigentlich will ich auch schlafen jetzt ey ich rate dich Gino nee komm komm ich rate dich Gino viel zu gedruckt nein 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 noch vier Stunden hätt er jetzt es ist nichts mit dem Gag gut ich geh jetzt ins Bett na gut ja gut dann lass jetzt Feierabend machen dann ist jetzt auch Schluss komm Jungs wir sehen uns irgendwann wieder ja ich freu mich Nebel nice Nebel nice Jungs Hauke schon weg Tschüss Niklas Hauke schon weg? ja ist schon weg okay tschüss Dino tschüss Niklas war's gut